Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 340. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Bastie. Gude und Grüße. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und trotz seines Jet-Setter-Lebens direkt von Anfang an mit dabei der Herr Marvin. Oh ja, Gude. So, etwas später als angekündigt, aber doch noch, glaube ich, im erträglichen Rahmen starten wir heute mal wieder an einem Montag rein. Es ist zwar irgendwie nur so ein Tag nach dem Spieltag, aber anders da organisatorisch in so Euro-Wochen, die auch noch irgendwie viel Arbeit enthalten, alles nicht machbar. Wir haben heute ganz viel Rückblick, ganz viel Ausblick und wir haben sogar zwei Hörerfragen diese Woche bekommen. Also ihr habt euch so richtig ins Zeug gelegt, liebe Hörerinnen und Hörer. Geil, geil, vielen Dank, vielen Dank, mega. Genau, wenn wir schon bei vielen Dank sind, dann auch vielen Dank für all die Unterstützung und all die Glückwünsche, die ihr uns gestern zu unserem neunten Geburtstag geschickt habt. Es ist echt erstaunlich, dass wir diesen Kram hier schon seit neun Jahren machen. Es ist der pure Wahnsinn und ich habe mich sehr, sehr gefreut über all die Glückwünsche und ich hoffe, dass wir noch mindestens neun Jahre durchmachen. Und ich setze uns jetzt selbst mal ein bisschen unter Druck und sage, nächstes Jahr zum Zehnjährigen, dann gibt es eine große Sommersause. Geil, auf jeden Fall. Aber auch danke dir, René, weil man muss auch mal sagen, du hast es hier alles ins Leben gerufen. Du bist eigentlich der Grund, warum wir alle hier sind. Und insofern kann ich nur sagen, danke dir, dass du so verrückt warst, das gemacht hast und dass du irgendwann auch gedacht hast, naja, so ganz allein Podcasten will ich doch nicht und hast nochmal ein paar Leute dazu geholt. Das hat ja exakt zwei Folgen gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das scheiße ist. Ja, aber dazu, aber zu dieser Erkenntnis muss man dann auch erst mal kommen und ich denke, also ich kann nur sagen, vielen Dank dafür und ich denke, da gehen noch mindestens neun Jahre, da geht noch viel, viel mehr. Ja, also volljährig müssen wir auf jeden Fall werden, alles andere ist indiskutabel. Ich schließe mich Marvins Worten vollumfänglich an. Auf jeden Fall. Ne, was ich noch sagen wollte, volljährig müssen wir werden, weil dann sind wir auch offiziell alt genug, um Alkohol zu trinken. Dann können wir es einmal offiziell auf der Bühne nochmal krachen lassen und dann, wie die Stones, machen wir nur noch so einmal alle zwei Jahre so eine Comeback-Tournee. Ja, aber geil. So ging Geld. Die Stones des Fußball-Podcasts, das ist doch das höhere Ziel. Alter, wenn ich so viel Drogen nehmen würde, dann wärst du wie ich. Tada. Oder bummts. Aha, EP-Leaks am Start, großartig. Nun, also. Nun denn. And it's on. So, and it's on. Wie kommen wir jetzt irgendwie von Drogen wieder zum Alltages-Ding? Ich hoffe, dass wir keine Drogen brauchen werden in den nächsten Wochen. Das ist richtig. Spannende Wochen. Spannende, spannende Wochen. In einen Rausch hat uns die Eintracht ja nicht versetzt. Das ist richtig. Die eine oder andere Droge wäre da zumindest in alkoholischer Form am Start gewesen. Zumindest gab es Menschen, die in Livestreams der Hessenschau zu sehen waren, mit alkoholisch aussehenden Getränken in der Hand. Alles nur, alles nur Plastikbier gewesen. Nein, aber das war gar nicht so schlechtes Bier eigentlich. Ging eigentlich, ne? Genau. Also ihr zwei, Basti und Dennis, ihr wart in dem... Ich war nicht mit. Basti und Marvin, jetzt verwechsel ich euch schon. Das wird wahnsinnig. Ihr wart in der Ukraine, Basti hat sich drei Tage da aufgehalten, Marvin hat den roten Augeflieger morgens und abends genommen. Du hattest dich ja letzte Woche beklagt, dann hast du gesagt, du armer, armer Mensch muss morgens um fünf anfachen kostenfreies Kronbacher zu trinken. War es wirklich so schlimm? War das Mitleid gerechtfertigt? Ach, weißt du was? Es war mega geil. Ohne Scheiß. Es war natürlich krank, so früh aufzustehen und ich bin ja ein mega Schlaftier, ne? Ich bin wirklich echt jemand, der lang schlafen kann. Ich musste mich rausquälen. Ach, weißt du was? Die Sache war eigentlich die, ich wollte eigentlich so ein Car2Go, kennt ihr doch sowas, ne? Machst du... Und eigentlich hab ich so gedacht, so ein typischer Faulpelz, ihr kennt mich alle, ja, immer ein bisschen länger schlafen, immer ein bisschen gemütlich und so weiter und so fort. Setz ich mich einfach in den Car2Go, fahr halt hin zum Flughafen, stelle das Auto ab, da brauch ich nicht S-Bahn fahren, so alles ganz relaxed. Dann Tag vorher hat aber irgendwas mit der Abbuchung nicht geklappt, sodass ich da nicht mehr das Car2Go nutzen konnte. Das heißt, ich musste kurzfristig alles umplanen und musste statt halt Car2Go, musste ich erst mit dem Nacktbus, wenn es ein Nacktbus gewesen wäre, wäre es ein Nacktbus in die Ukraine. Ja, musste ich mit dem Nacktbus erst mal zur Konsti und dann mit der S-Bahn. Das hat alles geklappt, aber ich musste halt dementsprechend früher aufstehen. Ja, großartig. Ja, genau, aber dann vor Ort alles super, geile Abwicklung, muss man echt mal sagen. Danke, diese Liga-Travel-Leute, super geklappt. Ich habe den Jörg auch getroffen, BoneFFM, wir kennen ihn alle. Beide ich bitte Grüße an dieser Stelle und dann sind wir los und dann gab es Bierchen. Ich habe mir die Bier mitgenommen, die habe ich nicht morgens getrunken, so um fünf, da bin ich einfach noch nicht so in Bierlaune. Aber ansonsten flog echt okay, aber das, was echt anstrengend war, waren halt diese zehn Stunden, die du da rumkriegen musstest, um eigentlich erst zum Spiel zu kommen, weil, und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum machen die dieses Spiel so spät? Also ich meine, es könnte doch auch das frühe Spiel sein, ich meine, wir sind eh auswärts und ob da jetzt so viele Leute ins ukrainische Stadion kommen von deren Fans, glaube ich eh nicht. Man hätte auch das frühere Spiel machen können, so mussten wir in Ewigkeiten rumlaufen, aber der Sonnengott war uns hold, denn es war wirklich schönes Wetter, aber eisigen Temperaturen und zumindest tagsüber hast du es ja gut ausgehalten. Aber wann genau warst du jetzt da vor Ort? Ich war ab neun da und dann musstest du halt bis 22 Uhr die Zeit rumkriegen. Wir haben ja einen langen Lauf gemacht, ich habe mir fast Blasen gelaufen, ich glaube wir sind echt 14 Kilometer, nein, das ist so viel nicht. Aber ich bin an dem Tag, ich bin wirklich an diesem Tag 14 Kilometer gelaufen, also es war jetzt nicht so schlecht, also meine Health App freut sich. Und dann geflogen, wir wurden dann halt abgeholt logischerweise mit den Bussen am Stadion und geflogen bin ich dann, glaube ich, um halb vier wieder Richtung Frankfurt. Das heißt, du warst dann irgendwann so 5.30 Uhr, 6 Uhr morgens dann wieder vor Ort? In Frankfurt war ich dann um 6, 6 ungefähr und bis ich dann zu Hause war, war es 7 Uhr morgens, naja, da lief übrigens alles gut, also zu Randzeiten fährt die Bahn, fahren die Bahn ja in Frankfurt nicht so, aber zur Hauptzeit dann schon. War ich dann um 7 da, habe die Rolle runtergemacht, die kann ich nicht runtermachen, diese Gardinen habe ich rumgezogen und habe mich ins Bett gelegt und habe erst mal 5,5 Stunden geschlafen und danach ging es wieder. Aber war ein geiler Trip, ist natürlich schon ein krasses Ding, weil du bist irgendwie fast 24 Stunden wach, da kannst du auch nicht zu viel Alkohol trinken, sonst bekommst du vom Spiel nichts mehr mit, musst schon sehen und dann war es halt auch kalt so und ganz ehrlich, wir werden ja gleich nochmal drüber sprechen, aber es gab ja diese Blocksperre, die es halt immer gibt nach Spielen und das nervt halt. Und da haben wir, glaube ich, 40 Minuten, da ist es kälte gestanden, ey, da hast du keinen Bock mehr, das nervt dann schon, dann war es mir ein bisschen bipprig, ich habe nur ein paar Socken angezogen, eigener Fehler hätte ich zwei paar gehabt, wäre es wahrscheinlich wärmer gewesen, aber man macht das nicht alles, was macht man nicht alles nur für diese komische Eintracht, ne? Von den Radalen habt ihr aber jetzt nichts mitbekommen, oder? Weil es war ja anscheinend doch größere, ja, ich nenne es jetzt mal Probleme auch bezüglich Gewalt, Gewaltaktionen, die teilweise passiert sind, war jetzt gar nicht in eurem Umfeld, oder? Aber war das, war das direkt in Schakiv, war das nicht in Kiew, da wo die Zwischenstation war? Ich dachte sowohl als auch, oder? Ich weiß aber nicht, ja, das hätte es mich einfach mal interessiert, ob ich da was mitbekommen habe vor Ort noch. Basti, hast du was mitbekommen? Ne, das war ja, wie gesagt, das war in Kiew, also das war nicht bei uns. Es gab einen, bei diesem Fanmarsch gab es, bei diesem Fanmarsch gab es einmal so Ausreise, da weiß ich nicht genau, was da passiert ist, da wurde es mal kurz laut, aber das hast du dann auch nicht mehr genau gesehen. Keine Ahnung, vielleicht sind von dieser Route ein paar Fans raus, ich glaube so war es, und das fand die Polizei nicht so geil. Da musstest du auch aufpassen, weil wenn du mal irgendwie Pipi-Stop gemacht hast oder so, dann kommt dann auch schnell mal die Polizei mit ihren Schlagstöcken, also da war jetzt, das habe ich nichts, die sind halt nur hingekommen und gesagt, hier weg von dieser, ja, von diesem schönen Baum oder so. Alle brav geblieben, also können wir auch hoffen, dass wir beim nächsten Los dabei sind. Auf jeden Fall, es ist überhaupt nichts passiert, wir waren mucksmäuschenstill, es gab noch nicht mal Pyrus, es gab gar nichts, dass sie gezündelt haben, allein die Fans von Donetsk in Scharkiv, also da, wir haben uns wirklich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Sehr gut. Wie war das mit den Kontrollen da vor Ort im Vergleich zu Rom, wo ihr ja auch wart, was ja eher so katastrophaler Art und Weise war, war das vergleichbar oder waren die besser organisiert? Ich fand es eigentlich ein bisschen besser, also ich fand es wesentlich angenehmer als in Rom. Das war wirklich eine Reise, wo du wirklich mit einem Lächeln nach Hause gekommen bist und nicht so frustriert wie aus Rom. Also Marvin hat das schon die meisten Sachen erzählt, der Fan war schon gut organisiert, die Polizei war auch gar nicht so aggressiv, also die waren schon nicht sehr freundlich, aber es war nicht diese, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass da ein Bedrohungsszenario ist, sondern die Leute in der Stadt auch selber haben aus den Fenstern geschaut, haben gewunken, haben gelacht, Polizei hat sich einigermaßen zurückgehalten, außer was Marvin gesagt hat, weil mir ist das auch passiert, ich musste natürlich mal pinkeln und bin dann irgendwann ins Ende von dem Fanmarsch gelangt, weil ich auch zwischendurch mal ab und zu in den Kiosk gegangen bin und ja, dann hat er quasi seinen Schlagstock mit ein bisschen am Hintern rumgefummelt und hat gesagt, hier, bla bla, lauf weiter und ich so, Digga, ist schwierig, das jetzt zu unterbrechen, diesen Vorgang hier, ich kann in den Vorgang nicht mehr eingreifen. Und dann, aber gut, der hat dann auch, glaube ich, irgendwann gelacht, beziehungsweise sein Kollege, bin ich dann weiter, dann habe ich mir vorm Stadion tatsächlich noch für drei Euro eine Flasche Sekt gekauft. Geil, Sekt, du bist ja ein fancy Boy, was geht denn aus? Nee, ja, aber uiuiui. Prosecco-Basti. Prosecco-Basti, genau. Der Prosecco-Basti. Geiler Name, ja. Geiler Sendungstitel. Ne, was wollte ich sagen, weil es halt kein Bier mehr gab, also das muss man sagen, die Eintracht-Fans haben da schon ordentlich hingelangt, äh, es gab an die meisten Kiosken um den Platz kein Bier mehr, außer, wir haben uns mit unserer Gruppe, äh, Marvin war ja auch dabei, haben wir dann noch, äh, ja, Bier geschossen, sag ich mal, das sehr merkwürdig, äh, rüberkam. Das waren 1,2 Liter Plastikflaschen, wo ein Truthahn vorne drauf war, also das war, glaube ich, nicht der feinste Stoff, den wir da noch erinnern konnten. Also 1,2 Liter Plastikflaschen, also das klingt schon so ein bisschen unseriös. Das war's für ein Hunde auf jeden Fall. Ja, das war wirklich für harte Hunde, beziehungsweise Truthähne, äh, aber gut, hat uns dann durch den, hat uns durch den Fanmarsch gebracht, auf jeden Fall. Äh, äh, lustige Anekdote, die ich noch erlebt hatte, beziehungsweise ist hier dann auch ein bisschen schade geworden, äh, wir haben dann, in dem Fanmarsch haben sich ja auch immer wieder Bewohner, äh, verirrt, die dann ganz normal rumgelaufen sind und dann nicht mehr rauskamen. Also auch so ein, circa, ich würde ihn auf 60 Jahre alt schätzen, der war sternhagelvoll, also so ein richtiger Wodka-Ukrainer, der, äh, wirklich sehr, ja, der war aber sehr freundlich. Äh, und dann hatten wir noch eine Karte gebrüht und haben gesagt, hier, hast du Bock mit den Sternen zu kommen? Da hat er sich so sehr gefreut, hat sich von uns dann noch Eintracht, Eintracht, äh, Rufe beibringen lassen. Er hat in der Nachbarschaft wahrscheinlich auch irgendwie demnächst keine Freunde mehr, oder? Der hat aber, naja, gut, der, der hat's nicht geschafft ins Stadion, weil er zu betrunken war. Also den, den, den mussten wir zurücklassen, die Polizei zu dem, sagt, hier, Digga, das funktioniert nicht. Dann mussten wir ihn zurücklassen, hat er sehr, sehr traurig geguckt. Das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, weil er sich so freute über diese Karte und dann mussten wir ihn leider zurücklassen, weil wir dann auch durch diverse Polizeiketten durchmussten. Aber wie gesagt, ich fand jetzt, um auf die Kontrollen zu sprechen zu kommen, ich fand das angenehm. Ich war aber auch ziemlich spät. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich diesen Riesenansturm, da war ich gar nicht mehr, da war ich noch nicht dabei. Ich kam ziemlich spät ins Stadion. Aber bei mir ist alles reibungslos verlaufen. Also das komplette Erlebnis Ukrainer, ich könnte euch nicht eine krass negative Sache berichten, weil selbst die Kälte, auf die ich mich natürlich aber auch vorbereitet hatte mit diversen Unterwäschen, wie Marvin es schon gesagt hat, mittags war es sogar fast zu warm für diesen ganzen Kram, den ich anhatte. Ja, stimmt. Weil die Sonne rauskam oder wenn du in ein Lokal reingegangen bist oder so, aber dann, abends war man dann doch froh. Als der Fernmarsch los ging, muss man sagen, weil von den Temperaturen her ähnelte das vielleicht diesem kälteren Winter, den wir hatten, aber das ist tatsächlich, wie wir es befürchtet hatten, eine ganz andere Kälte. Das heißt, sobald eine Körperstelle frei ist, zieht dir das in den ganzen Körper rein, das ist sehr, sehr feucht und sehr, sehr aggressive Kälte. Aber ansonsten ging es. Marvin und ich haben ja am Für-Hessens-Schauen noch was gedreht, da war es auch noch einigermaßen warm. Bizarre, ne? Also es ist tatsächlich alles ziemlich reibungslos verlaufen. Auf dem Feld, der dann nicht mehr so. Nee, das stimmt. Bevor wir zum Spielerischen kommen, der Joe fragt gerade im Chat noch, wie das eigentlich mit den Mützen gewesen ist. Es soll ja angeblich auch nicht so einwandfrei funktioniert haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine bekommen. Ich wusste das auch gar nicht. Ich wusste das erst im Verlauf des Spiels. Kann dir gar nicht genau sagen, wie das eigentlich vonstatten ging. Basti, hast du da ein bisschen was mitbekommen? Weil du hast ja auch keine gehabt. Ich habe auch keine gehabt. Wahrscheinlich waren wir zu weit hinten dran, weil wir sind ja im Fernmarsch auch ziemlich weit hinten gewesen. Also ich habe dann da, aber komisch eigentlich, weil eigentlich waren wir ja trotzdem immer so im Zentrum auch. Weißt du, wir waren ja auf diesem Platz. Dann waren wir mal nur ganz kurz in dieser einen merkwürdigen Oktoberfest-Kneipe da drin. Diese komischen Oktoberfest-Kneipen gibt es auch überall, oder? Tatsächlich, ja. Oktoberfest. Die gibt es echt überall. Das ist furchtlich. Also gewisse Traditionen werden anscheinend überall an jedem Kontinent beibehalten. Oktoberfest gibt es überall. Warum ausrechnet das Oktoberfest? Ja. Weiß ich nicht. Finde ich auch ein bisschen befremdlich. Aber gut. War warm. Ja, das stimmt. Aber der Fernmarsch war an sich zwar lang, aber war cool und wie gesagt, lief ja auch gut ab. Wir haben echt viele Leute getroffen, die uns auch hier auf dem Podcast auch angesprochen haben. Viele Grüße übrigens an alle, auch an die Reisegruppe. Waren wieder stabile Leute dabei. Hat großen Spaß gemacht an dieser Stelle. Auch Grüße an Frank. Frank the Tank. No Frank, no Party, kann ich sagen. Genau. Das war auf jeden Fall cool. Also es war, hat insgesamt sehr gut. Ich muss sagen, die Stimmung war gut. Und da will ich auch nochmal ganz kurz sagen, bevor wir dann wirklich zum Spielerischen kommen. Die Leute in der Ukraine, zumindest in dem einen Tag, in dem ich da war, waren echt gut drauf. Und es ist eine andere Atmosphäre gewesen, als diese latente Feindseligkeit, die ich in Rom gespürt habe. Ja, finde ich auch. Und ich muss mich auch den Grüßen anschließen. Diese Reisegruppe, Marvin kam ja dann montags zu uns. Ich habe ein bisschen länger geschlafen, weil ich Mittwoch ein bisschen übertrieben hatte. Die kamen aber dann irgendwann dazu. Dann haben wir noch eine Pizza gegessen, bevor wir los sind. Und diese Reisegruppe, also auch innerhalb unserer Gruppe, war die Stimmung dermaßen lustig und gut. Also mit Lossner, Chris und die ganze Bande. Das war ja derartig geil. Das hat sich auch so ein bisschen dann durch den Tag gezogen. Und dann dadurch, dass dann nichts passiert ist, ist die Stimmung auch nicht gekippt. Und ich muss auch sagen, die Leute dort, seien es irgendwelche Kellner oder irgendwelche Leute, die waren so freundlich. Und die waren so irgendwie, du hast wirklich das Gefühl gehabt, die freuen sich auch, dass du da bist. Wie der Marvin es gesagt hat, ganz, ganz, ganz anders als in Rom, wo du das Gefühl hast, die bereiten sich darauf vor, dass hier Terroristen anreisen. Das war da nicht so. Natürlich gibt es den einen oder anderen grimmigen Polizisten. Aber unterm Strich, muss ich sagen, fand ich es richtig, richtig geil. Und kommen wir jetzt wirklich zum Sportlichen. Ich hoffe so, so sehr, dass ich am Freitagmittag mit dieser angesprochenen Reisegruppe wieder irgendwas buchen kann. Weil da habe ich echt Bock drauf. Genau. Also, spielerisch am Ende steht ein 2 zu 2. Basti, du hattest im Vorfeld ja gesagt, du möchtest mindestens einen Moment haben, wo man sich nochmal freuen kann. Den Moment hattest du ja dann zweimal. Ich glaube, das dürfte man auch relativ gut gehört haben, weil das Stadion an sich war überschaubar gefühlt, würde ich es jetzt mal freundlich ausdrücken. Was aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Situation dort geschuldet ist. Haller war nicht in der Startelf. Was wir jetzt nicht so unbedingt erwartet haben. Und ich glaube, der Schiedsrichter war aus meiner Sicht gerade so in der Anfangszeit schon auch eine sehr spielbestimmende Persönlichkeit auf dem Feld. Nervös würde ich nicht sagen, er war kleinlich. Also, wie oft der da Leute irgendwie hingeschickt hat und gesagt hat, von wegen, nee, aber das messen wir jetzt hier irgendwie. Also, ich habe echt darauf gewartet, dass er hier gleich Lineal und Geodreieck auspackt, um zu gucken, dass die Mauer auch weit genug entfernt und im richtigen Winkel steht. Also, der war da sehr penibel. Ja, er hat sich ja in dem Elfmeter auch wieder gespiegelt. Ja, ja, also nicht nur in dem Elfmeter, sondern auch in den gelben Karten. Der Schiedsrichter kann froh sein, dass er nur im Hinflug mit mir im Flugzeug gesessen hat. Also, ganz ehrlich, das war echt ein nerviger Typ. Also, das fand ich auch, das hat so ein bisschen angestrengt. Ich glaube, das hat die Spieler auch angestrengt. Ja, ja, das hat die Spieler angestrengt. Er hatte das ja überhaupt nicht im Griff auf beiden Seiten übrigens. Also, klar wurde mir benachteiligt in 1-10, aber der hat auch, ja, das war wirklich sehr, sehr unsouverän. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil es ja eigentlich ein ziemlich dekorierter Schiedsrichter ist. Also, es ist ja jetzt ein Name in Anführungszeichen. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich hoffe, dass das am nächsten Donnerstag gar keine Rolle spielt. An dem Tag hat es das zumindest. Ich glaube aber gar nicht, dass er, also, er hat für mich nicht den Eindruck gemacht, als wenn er das, die Wahrnehmung hatte, dass er das Spiel nicht unter Kontrolle hatte, sondern er machte auf mich eher so den Eindruck, dass er auf seine Art und Weise das so genau läuft, wie er das gerne haben will. Ja, ich finde es, ich fand es leider, die Leitung, die Spielleitung viel zu fahrig, muss ich sagen. Und ich mag das auch nicht mit den gelben Karten. Andererseits muss man auch sagen, okay, wenn du merkst, dass er so klein dich pfeift, kannst du dich als, musst du dich als Eintritt oder als Spieler auch ein bisschen besser drauf einstellen. Das haben wir auch nicht so hundertprozentig gemacht. Also, ich meine, bei den anderen war es ja noch viel schlimmer. Ja, dieser ist mit Gelb-Rot an einer runtergeflogen. Da muss man auch ganz ehrlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, da muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, die erste gelbe Karte, okay, die war durchaus so, dass du sagst, die musst du jetzt an der Stelle nicht geben. Aber wenn ich schon merke, dass er die an der Stelle gibt, ja, dann steige ich nicht fünf Minuten später einem so penetrant auf den Fuß. Also, wenn du das nicht verstanden hast in deinen, was weiß ich, wie viele Jahren Fußballkarriere, ich habe nie aktiv gespielt und weiß, dass ich das an der Stelle nicht mache. Das ist genau der Punkt. Aber Dennis, Dennis, du warst genauso auch wie du, René, ihr wart am Monitor. Wie habt ihr denn eigentlich den Elfmeter gesehen? Also, ich meine, ich habe mich so gefreut, dass wir es 1-0 gemacht haben. Und ich war so geil, ey, geil auswärts in diesem komischen Stadion. Und jetzt sind wir so weit gefahren und jetzt läuft es besser als gedacht. Hinteregger wieder ein geiler Typ, 1-0. Und dann bekommen wir den Gegentreffer durch den Elfmeter. War definitiv keiner oder ist das Bewertungsspielraum? Na, es ist schon Bewertungsspielraum. Er trifft ihn. Also, man muss sagen, Indika, das passt halt zu dieser kleinlichen Auslegung von allem. Das ist so, wie er ja eben schon sehr gut gesagt hat. Der Schiedsrichter war natürlich da sehr, sehr kleinlich. Und dann wird eine Berührung im Strafraum, die auch ein bisschen ungestüm. Indika ist halt ungestüm rangegangen an den Spieler und trifft ihn dabei. Dann kannst du sagen, okay, dumm gelaufen, aber passt zu der Linie, die der Schiedsrichter an dem Tag einfach gepfiffen hat. Und damit kann man sagen, es hat gepasst. Also, man hätte sich wahrscheinlich eher gewundert, warum gibt er da bei anderen Situationen so schnell eine gelbe Karte etc. Und da pfeift er dann ein Elfmeter, den man pfeifen kann, eben nicht. Hat natürlich nichts mit internationalem Fußball zu tun. Und ich sage mal, in der Bundesliga wäre es wahrscheinlich nicht mal gepfiffen worden. Aber, wie gesagt, an dem Spieltag hat es zu der Leistung vom Schiedsrichter gepasst, dass das auch gepfiffen wird. Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich hätte ihn, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Schiedsrichter ihn in der Situation oder so generell sonst nicht gegeben hätten. Aber es passt zur Linie. Die hat er halt einfach durchgezogen. Das mag jetzt gut oder schlecht sein. Aber ja, wenn du vorher den so kleinlich agieren siehst, dann ist das schon irgendwie nachvollziehbar, dass er den da auch irgendwie gibt. Das war schon ein Downer. Und Marvin hat es schon gesagt, vorm Spiel, das Ding ist, es ist ja merkwürdig, in der Bewertung jetzt das Ergebnis hätten mir vorher, glaube ich, alle unterschrieben. Ja, super, schnell, alles klar, festmachen. Aber das war schon so ein kleiner Downer, weil diese Euphorie, die du dann hattest und diese völlige Explosion auch in den Block, muss man sagen, das war richtig geil. Die Leute sind ja über die Sitze geflogen und bla bla. Das hat so ein bisschen dann den Stecker gezogen, was das betraf. Auch natürlich immer noch ein gutes Ergebnis zu dem 2-1-1 und dann nach 2-2, aber es sind trotzdem so ein bisschen, ja, man kann das gar nicht so greifen, aber dieses Spiel hat dich trotzdem, auch wenn man es gar nicht komplett erklären kann, so ein bisschen unzufrieden zurückgelassen, als man danach aus dem Stadion raus ist, weil du das Gefühl hattest, das Maximale haben wir nicht rausgeholt. Also klar, die 2-2 gut, aber die Eintracht hätte tatsächlich auch 3-4-1 gewinnen können. Genauso ist es, Basti, es liegt aber, glaube ich, doch eher daran auch, dass du, es ist immer doch, wenn du eine rote Karte, in so einem frühen Zeitpunkt des Spiels, elfte Minute war es, glaube ich, gewesen, gelb-rot, dann ist natürlich, wir sind ja auch gut angelaufen, wir haben ja auch gute Chancen dann noch gehabt, deshalb, es ist vielleicht in der Hinsicht nachvollziehbar, dass man, ja, es war eben wie ein Elfmeter, der dann eben doch nicht reingegangen ist, weil es eben, so das Quäntchen Glück, hättest du da jetzt noch, ja, ihr habt es schon gesagt, 3-2 oder auch gerne ein 4-2 am Ende erzielt, dann hättest du jetzt richtig entspannt ausspielen können, hättest sagen können, komm, wir lassen hier die anderen das Spiel machen, etc., bei uns im Heimspiel. Jetzt wird es schon wieder, die Angst ist halt da, weil wir es halt schon mal erlebt haben, dass wir leider bei so einer Ergebniskonstellation ja dann ausgeschieden sind, dadurch sind wir jetzt alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir wirklich gucken, dass da was gerissen wird, macht einem Magenschmerzen und schadet, dass wir halt diesen großen, ja, ich muss wirklich sagen, diesen Elfmeter nicht verwandelt haben, weil wenn die andere Mannschaft schon nach elf Minuten mit einem Mann weniger spielt, wir waren auch nicht wirklich so gut im Spiel drin, klar, sie haben den Elfmeter da gemacht gehabt, aber du hast gedacht, komm, die Eintracht, die muss das jetzt machen, schade, wirklich schade, ärgert mich auch, muss ich wirklich sagen. Der war halt so wirklich so ein bisschen verwundert oder wahrscheinlich ist es auch, dieser Downer war es sicherlich auch für die Mannschaft, weil du hast halt schon gemerkt, dass es nach dem 1-1, nach diesem Elfmeter ist das Spiel so ein bisschen, fand ich, dahin geplätschert. Da gab es dann wenig zwingende Aktionen, weil die Räume wären ja durchaus da gewesen. Ja, die Räume waren da und ganz ehrlich, am Ende, da hast du nochmal so eine Riesenschance und dann denkst du dir, meine Fresse, das muss doch irgendwie klappen und dann klappt es nicht. Das ist so ärgerlich. Natürlich kann man immer sagen, ja, vor dem Spiel 2-2, na logisch und ich nehme es auch jetzt nach dem Spiel noch. Aber diese Option, die wir hatten, das hätte ein Sieg sein müssen und du hättest dir dann einen so großen Vorteil erarbeitet, den kannst du jetzt nicht mehr ganz so reproduzieren. Im Ganzen hat man halt noch gesehen gehabt, auch dass das 1-0 ja auch eigentlich eher ein glückliches 1-0 war. Also es war ja, also ein deutlicherer Torwartfehler geht ja kaum. Hinteregger schiebt den zwar gut mit Druck drauf, aber... Ganz, ganz ehrlich, der hat den noch vor der Linie in den Händen und auf einmal sind die Hände 20 Zentimeter weiter hinten hinter der Torlinie. Also das habe ich nicht verstanden. Das war echt seltsam, das sah echt skurril aus und das meine ich jetzt nur. Da hat man natürlich gedacht, jetzt haben wir sogar das Glück heute noch. Selbst wenn wir, jetzt führen wir es in der siebten Minute mit 1-0, geil, das sind Selbstläufe. Und ich glaube, das ist auch, wie ihr sagt, das, wo es dann erstmal ein Schlag erstmal in die Magengegend war, als dann eben dieser blöde Elfmeter gepfiffen wird. Und natürlich dann auch gut verwandelt. Trapp war ja in der Ecke noch drin. Ist natürlich ärgerlich. Das sind dann so Sachen, wo... Es ärgert einen einfach heute noch. Na, ärgerlicher finde ich eigentlich sogar noch am Ende des 2-2, weil dann gehst du mit dem 1-2 wieder in Führung, machst das richtig geil und dann kommen wieder so diese 10-15 Minuten Unkonzentriertheit irgendwo zwischen der 60. und der 85. Minute und dann lässt du dir da so ein blödes Tor einfangen oder einschenken, was halt auch vermeidbar gewesen wäre. Ich meine, klar, dass dann da keiner mehr im Zweikampf so richtig hingeht, weil sie alle irgendwie Schiss haben, da nochmal den Elfmeter zu provozieren. Aber du hättest das Ding halt schon verteidigen können. Man muss halt auch trotzdem bei der ganzen Betrachtung dürfen nicht vergessen, dass das eine überragende Mannschaft war. Das war für mich die beste Mannschaft, die wir in dieser Saison gespielt haben. Die sind für mich besser als Bayern und Dortmund auch. Zumindest an den Tagen, als wir gegen die gespielt haben. Das sind geile Kicker. Tyson, Marlos, das ist überragend, was die haben. Und so ein bisschen Angst macht mir, dass die... Weil wenn wir die Vermutung hatten, okay, die sehen sich als Champions-League-Mannschaft, sind jetzt abgestiegen in Anführungszeichen in die Euroleague. Wenn die keinen Bock haben, dann ist diese Situation mit der roten Karte eigentlich genau der Zeitpunkt, wo das zum Vorschein kommt. Zu sagen, okay, jetzt ist hier kalt, wir haben eh keinen Bock auf Euroleague, jetzt haben wir noch eine rote Karte, jetzt brechen wir ein. Nee, die haben das ja gut gemacht, das muss man sagen. Also die Eintracht ist nicht nur komplett daran schuld, dass dieses Spiel so ausgegangen ist. Ja gut, das stimmt. Donetskler hat auch geil und macht so ein bisschen Angst auch fürs Rückspiel, weil die trotzdem scheinbar, obwohl die noch nicht in der Saison sind, alles, was wir uns irgendwie herbeireden wollten, ist leider alles nicht eingetreten. Also die sind on point da und die sind geil. Das wird eine ganz, ganz harte Nuss jetzt. Also ich finde trotzdem, ja, die sind on point da. In der Defensive fand ich, ging so. Ich finde aber, in der Offensive merkst du einfach die brutale Qualität und die kannst du auch nicht wegdiskutieren. Du hast eben die Kicker genannt, auch so ein Tyson. Meine Güte, das ist halt einfach diese natürliche Qualität. Und wenn die Spieler Bock haben, das muss man denen auch mal sagen, die hatten alle Bock, die haben das Ding ernst genommen, die wollten das, das ist jetzt kein Verliererwettbewerb, ich habe keinen trauriger Pokal, sondern die haben das schon angenommen und dann wird es für uns einfach schwierig, weil die Leute sind nicht zu kontrollieren. Dieser Tyson, meine Güte. Ey, da habe ich schon gedacht, pfff, Alter, nicht so verkehrt, ja. Und ja, ich meine, allein wie das 2-2 gefallen ist, du hast ja eigentlich gedacht, okay, die Eintracht ist jetzt hier auch in Überzahl, das sollte doch einigermaßen laufen. Ab dieser, ja, was weiß ich, Mitte der 60. Minute, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass wir noch in Überzahl waren, weil irgendwie auch von den Rängen kamen dann mehr, das ist ja eine ganz andere, das ist ja eine ganz andere Anfolgungsrufe als bei uns, aber plötzlich war da so ein Vibe da und die haben es dann irgendwie gespürt, das war dann auf dem Platz und plötzlich hast du gedacht, Alter, warum wären wir denn jetzt so überrannt, warum verlieren wir denn hier komplett die Kontrolle, weil du das wahrscheinlich auch einfach schlecht komplett kontrollieren kannst. Aber die waren halt auch mega effizient, ich glaube, die haben vier, fünf Mal aufs Tor geschossen, machen dann natürlich zwei Buden bei uns, wir haben ja, glaube ich, 20 Mal aufs Tor geschossen und das ist natürlich dann, das wurde auch wieder klar, das ist genau das, was ihr sagt, die Effizienz, die Qualität der Spieler, wenn sie mal durch sind, dann rappelt es halt auch leider, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man denen wirklich nicht zu viel Raum am nächsten Donnerstag gibt. Also die Kickerdaten sagen, dass wir 21 Torschüsse mit zwei Toren hatten und sie hatten exakt fünf mit zwei Toren. Das Ding ist halt, unterm Strich, wenn wir das Spiel abschließend bewerten, es fehlt ein Tor für die Eintracht, finde ich. Also so, das wäre, glaube ich, 3-2 wäre okay gewesen. Also wenn du da 3-2 gewinnst, dann wäre das angemessen gewesen, dann 4-2 wäre auch vielleicht sogar ein bisschen zu hoch vom Spielverlauf, aber du bist aus dem Stadion raus, hast das Gefühl, es fehlt ein Tor. Es war so unbefriedigend am Ende. Genau, es war halt aber auch nicht frustrierend. Also es war nicht so, dass du denkst, boah, da geht gar nichts, sondern es war so eine Mischung. Man wusste nicht genau, wie man sich fühlen soll und das Gefühl hat sich ja dann, das trägt sich ja jetzt durch die nächsten Tage, weil das Gladbach-Spiel ja eh nicht war. Wo du einfach das Gefühl hast, das ist wie wenn du einen wichtigen Termin hast, bei irgendwas, was ich was, und der Typ oder egal, das Amt oder das Institut sagt zu dir, ja, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder. Und du musst wieder eine Woche warten und weißt nicht genau, wie fällt die endgültige Entscheidung aus. Und so ist es auch mit beiden Spielen jetzt Donnerstag und Gladbach. Meine Nervosität, und wir haben jetzt erst Montag, die könnte nicht höher sein. Ich habe so einen Schiss vor Donnerstag. Na ja, eigentlich ist der Termin nicht abgesagt worden, sondern der Termin hat stattgefunden. Man hat dir 45 Minuten zugehört und hat am Ende gesagt, wir melden uns nächste Woche. Oder so. Du weißt halt nichts. Du hast das Gefühl, du hast eine geile Performance abgeliefert, aber irgendwie kam es nicht so richtig an. War so ein bisschen meh. Aber du hast ja schon Gladbach angesprochen, das ging ja quasi nahtlos ineinander über. Von der einen Spitzenmannschaft kommt die nächste Spitzenmannschaft. Diesmal zu Hause im heimischen Stadion. Wieder Änderung in der Startelf. Rodel nicht dabei, der ja im Spiel gegen Donnerstag ausgewechselt wurde zur Halbzeit wegen Wade. Was kam denn eigentlich bei der MRT-Untersuchung raus? Ich habe nichts Offizielles gelesen. Ich habe auch nichts Offizielles gefunden, leider. Genau, aber Spoiler, er ist wohl ähnlich wie Fernandes für Donnerstag nicht keine Option im Kader. Wie wird Herr Hütter so schön zitiert? Er glaubt nicht an Wunderheilung. Es ist halt der typische Rode und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber wir wissen halt, dass er so ein Spieler ist für, ja, wir haben es ja heute auch bei Fußball 2000 gesagt, er ist ein Superspieler für 16 Spiele in der Saison. Und alles andere danach, da musst du wirklich drauf hoffen, dass das funktioniert. Und das ist halt leider bei ihm so. Wir hoffen, dass er bald wieder fett ist, weil, und das hat Basti ja auch schon mal erwähnt, es ist trotzdem ein Spieler, der uns im Mittelfeld sogar spielerisch hilft. Auf jeden Fall. Und natürlich jetzt mit zwei Ausfällen, ihr habt es schon gesagt, Fernandes fällt ja auch aus, das wird ja ein Spaß da auf der Doppelsex. Ich bin sehr gespannt, aber da kommen wir ja erst dann noch zu. Da kommen wir erst noch zu, genau. Bleiben wir mal bei Gladbach. Wie gesagt, Rode nicht in der Startelf, dann bekam dafür Jovic eine Pause und Haller und Rebic durften in der Spitze ran und ein Gasinovic dazwischen. Und, oh boy, was war ich froh, als die ersten 20 Minuten rum waren und wir, glaube ich, dann doch endlich festgestellt haben, dass wir tatsächlich auf dem Platz stehen und anfangen, Fußball zu spielen, weil in den ersten 20 Minuten war Gladbach eine sehr, sehr drückende Mannschaft. Ja. War ein guter Spiel reinkommen. Das ist halt, man hat halt gemerkt, dass diese Niederlage gegen die Hertha abgeschüttelt haben. Das war auch so eine kleine Hoffnung, die ich hatte, dass die so ein bisschen noch irritiert sind, aber war nicht so. Das ist halt nicht auf dem ganz hohen Niveau wie Donetsk, aber trotzdem, die haben halt auch geile Spieler. Thorgan Hazard ist halt wirklich ein geiler Kicker einfach. Also das siehst du dann so. Also dieses Ding, was er da ganz am Anfang hat, war das nicht Hazard, der das Ding ja so ganz knapp am Vorsitzenden vorbei? In der 8. Minute. Dings, also puh. Das sind schon gute Kicker und das, ja, damit musst du halt rechnen, Gladbach ist ja nicht umsonst da, immer dritter, vierter die ganze Zeit. Also die waren ja zwischenzeitlich sogar zweiter. Das ist nicht umsonst, dass sie da sind, das ist jetzt keine Übermannschaft. Also du merkst schon, dass Dieter Hecking da Trainer ist, finde ich. Also das ist nicht so, dass du denkst, uh, das ist der neue Ansatz vom Fußball hier, sondern Dieter Hecking ist, glaube ich, ein Trainer, der kann die Mannschaften genauso auf den Leistungsstand bringen, wie ihre Einzelteile das hergeben. Also mit der Bräune hat er das in Wolfsburg gemacht, der macht das jetzt mit diesen guten Spielern, die haben gute Kicker, aber der lässt die nicht überperformen, aber das reicht in dieser durchschnittlichen Bundesliga momentan, reicht das. Und das war trotzdem so ähnlich, wenn die Eintracht ein bisschen mehr Suff gehabt hätte, hätte die auch das Spiel gewonnen. Wir haben ja die ganze Zeit geführt 1-0. Das war zwar glücklich, aber das ist ja auch egal. Wir haben auch manchmal Spiele, da sind wir besser am Feld, holen dann trotzdem keine Punkte. Das ist halt manchmal so. Und gegen Gladbach wäre es mit dann an dem Tag auch wasch gewesen. Du gehst durch dieses 1-1, aber genauso wie, ja, du gehst genauso aus dem Stadion wie aus Donetsch. Du weißt es halt nicht genau. Das ist wie auch nur wieder verschoben. Du hast wieder einen Punkt geholt gegen eine gute Mannschaft, du hast gegen Dortmund, gegen Leipzig immer auch einfach gepunktet. Aber es ist nicht dieser richtige Kick, es ist aber auch nicht die komplette Enttäuschung. Es ist so ein bisschen wieder verschoben. Und deswegen kann dieses Spiel auch gar nicht einordnen. Also wir sind jetzt zweimal voller Euphorie und voller Angst und voller Hoffnung ins Spiele gegangen. Ja, und am Ende musst du rausgehen und sagen, ja, schauen wir mal. Ja, weil es halt, weil es halt, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich schlecht war. Du hast gesehen, die Abwehr steht solide. Ja, natürlich kann man über Traps vor Paar sprechen. Vielleicht hat Dennis da gleich nochmal einen speziellen Hot Take oder so, sag ich mal. Aber ansonsten ist er so, Hinteregger, super, Hasebe, geiler Typ gewesen. Hat mir richtig gut gefallen. Indica solide. Ja, also... Fernando ist auch extrem wichtig für das Spiel. Das hast du dann auch gemerkt, nachdem er raus war, war es dann so ein bisschen schwierig, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt es ja schon auch angesprochen. Ich denke halt auch, wir haben uns am Anfang halt sehr, sehr schwer getan, weil wir eben auch diese Reisestrapazen noch hatten, auch wenn das viele Mannschaften haben und die das auch wegstecken müssen. Unser Kader gibt nun mal von der Breite her auch jetzt nicht die Megarotationsmöglichkeiten jetzt auch her. Das hast du schon gemerkt gehabt. Ich war auch sehr überrascht, dass Haller gegen Donetsk gar nicht aufgestellt wurde. Das war eigentlich für mich ein Spieler, da hätte ich gedacht gehabt, dass er auf jeden Fall spielt. Jetzt wieder von Anfang an. Ob es jetzt wirklich so viel gebracht hat, ich weiß es nicht. So wirklich im Spiel fand ich, Haller ist auch nicht hundertprozentig ins Spiel reingekommen. Auch ein Garzinovic, ja, geht so. Er hat so ein bisschen die Frische, die Fitness vorne gefehlt. Auch das, was wir ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen haben, dieses, wir müssen aus der ersten Reihe anlaufen, um im Endeffekt schon, die Angreifer sind die ersten Verteidiger, etc., etc. Das ist im Endeffekt wirklich was gewesen. Das hat so ein bisschen gefehlt, was aber meiner Meinung nach völlig verständlich ist, wenn du eben diesen Rhythmus jetzt schon doch ein paar Mal jetzt hattest, dass du eben diese zwei, drei Tage Regeneration nur hast oder musst ja alles Mögliche machen, Spielvorbereitung, etc. Und ja, das ist schwierig. Ich glaube, da müssen wir wachsen. Das ist ein Problem. Und dann, wenn natürlich so ein Top-Club wie Gladbach daherkommt, die sind natürlich auch, die nutzen das auch aus. Die haben uns ja die ersten 20 Minuten, wie ihr schon gesagt habt, die Hölle heiß gemacht. Und kamen wir langsam besser ins Spiel. Dann natürlich das geile Tor von Da Costa, also geil im Sinne von, da habe ich schon gedacht, jetzt pfeift er gleich zur Halbzeit und dann fällt noch das Ding. Da war man halt gedankenschneller an der Stelle. Genau, genau, genau. Also geil, besser hätte es ja gar nicht laufen können. Deshalb kann ich gut verstehen, dass die Enttäuschung da natürlich jetzt dann doch groß war, dass wir Mitte der 80. Minute dann noch dieses blöde 1-1 bekommen. Muss man aber auch sagen, anders als gegen Donetsk hat Gladbach auch viele Chancen auf unser Tor abgegeben, die Trapp auch teilweise. Deshalb, Marvin, zu deiner Situation nochmal, du hast völlig recht. Ich finde, es war ein heftiger Torwartfehler, weil er, ja, entweder geht er zu langsam runter. Ich kann es gar nicht sagen, warum der Ball über seine Hand rutscht. Auf der anderen Seite ist das natürlich was. Er hat vorher drei, vier Dinge gehalten gehabt, die wirklich gefährlich waren. Also da jetzt zu sagen, Trapp hat einen total rabenschwarzen Tag gehabt, auf gar keinen Fall. Ärgerlich halt, dass es dann in so einer Situation natürlich dann zu einem 1-1 führt. Und ja, deshalb, ich bin auch ein bisschen ratlos, wo stehen wir denn jetzt? Aber, und da haben wir ja auch schon die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, diese Horrorwochen enden eigentlich ja nach dem Spiel am Donnerstag. Ich würde gerne nochmal kurz was zu dem Thema Abwehr und zu dem Thema Frische sagen, weil ich glaube, körperlich fehlt uns die Frische nicht. Wir sind gut zwei Kilometer mehr gelaufen, als Gladbach. Wir hatten auch wieder eine Menge Sprints drin, aber so dieses viel zitierte, geistige Frische zu wissen, wo muss ich, wo ist jetzt der Mitspieler, wo muss ich irgendwie hin, das ist das, was uns da gerade so ein bisschen abgeht. Und zu dem Thema Abwehr fand ich, dass es besser geworden ist in der 20. Minute, weil wir kurzfristig unser System umgestellt haben. Ich weiß nicht, ob euch das im Stadion aufgefallen ist, aber wir haben kurzfristig in dem von uns viel erhofften 4-4-2 gespielt. Das ist mir nicht aufgefallen im Stadion tatsächlich. Bist du da sicher? Ja. Es gab gerade ab der 20. Minute gab es eine gewisse Umstellung, da ist Fernandes so ein bisschen hinten reingerückt und Indika und Hinteregger sind auf die Außen und dann haben wir in dem 4-4-2 da gestanden und damit waren auf einmal für Gladbach die Räume auf den Außen so ein bisschen weg. Dadurch haben wir sie so ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommen. Und das ist wieder so ein bisschen dann nachher weggebrochen, auch als Fernandes ausgewechselt wurde. Damit war dann auf einmal in der Mitte wieder eine Lücke. Das heißt ja bei dem Tor, bei dem Tor, das ist ja eklatant, der spaziert ja. Ja, ja, genau. Der läuft einfach gerade aus. Ich habe gedacht, was ist los? Hallo, hallo. Und ja, Marvin hat ihn ja, glaube ich, letzte Woche auch schon angeteasert im negativen Sinne. Plea ist halt auch eine Maschine. Ja, das ist halt echt. Das ist trotzdem, bei einem Torwartfehler hin und her, das ist schon ein Bulle auch. Also der kann auch kicken. Das ist ein geiler Stürmer. Fertig. Aber ihr habt es ja schon angesprochen, diese Räume auf den Außen, das war teilweise ein bisschen merkwürdig, das Wechselspiel. Du hast dann manchmal die Innenverteidiger, die sehr weit außen. Dann ist Gladbach aber immer in diese Zwischenräume, in diese Halbräume reingekommen. Das hat die Eintracht irgendwie nicht verteidigt gekriegt. Das hat Gladbach aber auch nicht kreativ genug gemacht. Die haben immer das Gleiche gemacht. Das muss man auch sagen. Also Gladbach hat mit einer Penetranz probiert, ihren Stiefel durchzubringen, dass, wie du es gesagt hast, irgendwann die Eintracht wenigstens in der Lage war, sich darauf einzustellen. Das ging einigermaßen. Ändert nichts daran, dass Gladbach das natürlich trotzdem noch auf hohem Niveau macht. Aber nichtsdestotrotz, und ich weiß, dass viele es nicht so sehen, ich ärgere mich trotzdem, weil ich glaube, dass nicht viel Glück diesmal nötig gewesen wäre, um dieses Scheiß-Kack-Spiel einfach zu gewinnen und am Ende fragt keiner wie. Also klar ist der Punkt okay, klar ist gegen Gladbach okay, aber ich habe mich massiv geärgert und ich war nicht sauer auf irgendjemandem, ich war auch nicht sauer auf Trab. Ich war einfach nur, und das muss man ja auch mal lernen, dass man einfach sauer auf Tatsachen sind, die kriegen es eh nicht mehr. Das heißt, das tut denen auch nicht weh. Einfach sauer, dass es an dem Tag irgendwie nicht so war halt, weil das hätte trotzdem funktionieren können. Und das muss ja auch legitim sein, denn ein Fakt ist, ja klar, wir können immer rational sagen, ja okay, war ein Punkt, ist unentschieden okay. Ist doch okay, ist richtig, aber ich bin auch natürlich nicht sauer auf Trab, weil der hat davor auch mal Sakkariah-Schuss gehalten, war richtig geil und passiert immer mal. Will jetzt auch wirklich, er ist trotzdem ein Torhüter, bei dem ich auch in Scharke wieder gemerkt habe, dass der eine gewisse Klasse hat, die uns bei anderen abhandengehen würde, ohne Mist, was der auch teilweise auch in Scharke rausgefischt hat. Das ist ein Torhüter in der internationalen Klasse. Ich ärgere mich nur, weil wir momentan einfach das Glück nicht haben, um uns noch mehr Punkte zu ergaunern. Und das ist rein subjektiv und objektiv ist immer noch alles in Ordnung, aber ich kann mich doch darüber ärgern, dass ich ganz gern mal wieder einen dreckigen 1 zu 0 Sieg über die Zeit retten. Aber du müsstest ja gar nicht, es wäre ja gar nicht dreckig, weil eigentlich fehlt dir im Moment so ein bisschen auch die Effizienz vorne und da muss ich auch nochmal sagen, auch ich glaube, war es gegen Donetsk, wo Rebic auch am Ende noch eigentlich frei wieder über die Seite kam. Klar, der Winkel ist da nicht optimal und so weiter, aber das ist so was, das ärgert mich, diese Effizienz, die wir am Anfang, die uns auch so ein bisschen haben über unserem Niveau spielen lassen und auch gerade dann Spiele teilweise glücklich haben wir dann gewonnen. Das fehlt uns im Moment. Diese Effizienz, die wir am Anfang, die uns so ausgezeichnet hat, da haben wir fünf Chancen gehabt und haben davon zwei gemacht. Super. Jetzt erspielen wir uns teilweise 20 und dann ist es schon schwierig. Dann sind manchmal nur eine oder zwei Bälle drin. Das ist natürlich ärgerlich, aber das ist normal. Das ist leider so. Die Effizienz im Sturm, die uns da so ein bisschen abgeht, aber halt eben auch die Konstanz, dass wir da nicht wieder so dieses Verwalten, wir können halt kein, wir schaffen es irgendwie nicht, die letzten 30 Minuten dieses Spiel zu verwalten. Wir brechen immer wieder irgendwie ein und dann sind die Lücken für den Gegner da und dann hast du halt das Problem. Ja. Und dann, ja genau, das ist wie gesagt alles verständlich und das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, wie sieht jeder, wir haben halt nicht so eine richtig gute Bank, da kommt zu wenig, ne? Ja, gerade jetzt mit den Ausfällen merken wir es ja, wir wissen ja gar nicht, wen wir jetzt aufstehen sollen. Und Rode und Fernandes wären eigentlich nicht mal eine erste Wahl gewesen im zentralen Mittelfeld, aber das ist ja eigentlich sind das die, die scheinbar unverzichtbar sind und es gibt halt Spieler, die mir momentan massiv auf die Nerven gehen. Also De Guzman ist ja völlig von der Rolle, ich weiß nicht, der hat in der Hinrunde teilweise, hat man gedacht, geil, der ist angekommen, der spielt geil, der hat in Augsburg dann auch getroffen und das Gefühl, so einen Kicker brauchen wir, der war wieder auf dem Weg in die holländische Nationalmannschaft, blabablub, weil er auch so ein bisschen wenigstens kicken kann. Also der so ein bisschen diese Pässe eigentlich spielen kann und trotzdem noch einer ist, der auch defensiv mitarbeiten kann, macht er gar nicht. Und Gacinovic ist für mich der neue Benni Köhler so ein bisschen. Der geht mir so auf die Eier. Also der nervt mich richtig. Also mich nervt er, dieser einen, der hat ja auch fast wieder ein Tor verschuldet mit so einem völlig unkonzentrierten Pass. Und bei Gacinovic habe ich es ja schon mal erklärt, das ist nicht so, dass mich das nennen, natürlich ist er ein besserer Fußballer als Fernandes, aber er macht es halt nicht. Das Problem bei Fernandes ist, auf dem kannst du ja nicht sauer sein, weil er sagt, von dem erwartest du es nicht. Und Gacinovic zeigt dir, das ist das größte Problem, dass es wahrscheinlich eher von mir so eine enttäuschte Liebe ist, weil ich liebe eigentlich diesen Spielertypen. Ich liebe, dass er manchmal eins gegen eins gehen kann. aber dann bringt er sich in aussichtsreiche Positionen selber, arbeitet sich das. Und verliert den Ball. Verliert den Ball oder spielt drei Sekunden zu spät ab, sieht irgendwie einen nicht, schließt nicht ab. Ich habe das Gefühl, der Typ funktioniert einfach im Kopf nicht. Richtig, dass er diese Handlungsschnelligkeit beziehungsweise auch diese Ruhe und diesen nächsten Schritt, auf den wir bei ihm schon länger jetzt warten, das haben wir glaube ich in der Saison vorbereitet, in der Saisonvorbesprecher haben wir gesagt, Gacinovic muss auch ein Neuzugang, Anführungszeichen, werden, dass der das komplett das Heft an sich nimmt. Das macht er nicht, weil er sich selber beschäftigt ist. Der haut dann nur so Dinge raus, wenn er weiß, es geht um nichts, wie in Rom. Da dribbelt er sich einen ab und wichst dieses Ding in den Winkel, wo es dann im Endeffekt nur noch um das Ergebnis ging. Das war ja jetzt nicht mehr notwendig eigentlich trotzdem und da kann er das und da siehst du ja eigentlich, was der Typ kann. Und dann vertändelt er solche Bälle und ich hatte in den letzten paar Spielen jetzt immer wieder diese Gacino-Situation, die mich dann wirklich zu Weißglut bringt, wo ich weiß, spiel den Ball ab, spiegelt den Ball ab und der weiß auch, dass er gleich spielt und spielt den Ball den Gegner an die Füße. Da werde ich wahnsinnig. Das ist so ein bisschen... Was ich dabei halt noch besonders schwierig finde, falls das das richtige Wort ist, ist ja nicht nur, dass unsere Erwartungshaltung das ist, sondern dass er selbst sich ja vor der Saison, deswegen haben wir ja auch, glaube ich, das gesagt mit von wegen, wir erwarten jetzt von ihm den nächsten Schritt, wo er sich ja nach dem Abgang von Boateng hingestellt hat und gesagt hat, er will mehr Verantwortung übernehmen. Wenn die Verantwortung jetzt ist, dass er am Gegner schon 16er den Ball verliert, um einen Konter zu verursachen, dann müssen wir bitte über das Thema Verantwortung an der Stelle nochmal reden. Ja, die Sache ist, er darf ja mal einen Ball verlieren und das ist, weißt du, das passiert. Ja, aber es kommt halt zu häufig vor oder es kommt auch von vielen zu häufig vor, dass du in der Vorwärtsbewegung blöd den Ball verlierst, weil du irgendwie versuchst, wieder in einen Zweikampf zu gehen und dann immer wieder diesen Konter hast, wo du minutenlang die Luft anhalten musst. Ja, es kommt zu häufig vor und das Problem ist, die positiven Akzente sind dann einfach noch zu wenig und es ist irgendwie, ja, bei Gacinovic ist so wahrscheinlich, das zeichnet sich schon ab, das wird so eine enttäuschte Liebe, ne, weil Gacinovic alle Anlagen hat und du denkst, ah, das ist ein wundervoller Spieler, der auch sein kann, aber er ruft zu selten ab, also das wird, ja, irgendwo ist es vielleicht, er passt gar nicht mehr zu Eintracht, ich glaube, vor dem Pokalsieg hätte ich gedacht, okay, der passt so gut zu Eintracht, ne, so ein Spieler, der so viel verspricht, auch von den Anlagen her und eigentlich so viel mitbringt, aber dann irgendwie den letzten Schritt nicht geht, er hat so viel gut zu Eintracht gepasst, aber jetzt haben wir einen Pokal gewonnen, auch wegen ihm, auch dank seiner Größe und seiner Stärke, dass er aber aktuell halt irgendwie nicht mehr so reinpasst, ja, weil wir brauchen mehr Killer und er ist kein Killer. Ja, und eigentlich bräuchten wir genau ihn, eigentlich brauchen wir genau ihn, wir brauchen zwei Sechser und ihn davor, so keine Straßenbande davor, sondern zwei Stürmer, Garcinovic dahinter und zwei komplette Zerstörer und er muss dann das Spiel ordnen, aber der kann sich ja nicht mal selbst ordnen und das ist das größte Problem. Viel zu viel, wie du sagst, er trifft halt jedes Mal die falsche Wahl, bei seinen, entweder jetzt müsstest du spielen, dann läuft er doch noch ein paar Meter weiter oder es ist halt wirklich so, der Pass kommt dann so spät, dass alle schon wieder im Endeffekt gar nicht mehr in ihrem Vollsprint sind. Genau. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, wo war das eben in dem Kladbach-Spiel, wo Rebic dann den Ball in die Hacken kriegt, weil er ihn irgendwie die Millisekunde zu spät spielt und er dann mit dem Ball nicht in den Lauf kriegt. Also es ist halt dann auch wieder so ein, so ein, so ein fieses Ding. Das Ding ist halt, wie Dennis das sagt, da gibt es diese Situation, wie es genau sagt, dann ist der Spieler nicht mehr im Vollsprint, weil er weiß, er steht gleich im Abseits. Und das ist einfach massiv nervig, weil man ihn halt braucht. Wir bräuchten ihn eigentlich, genau in dieser Situation, dass er so ein bisschen Struktur reinbringt, um das zu tun, was du, was du, was du hier angesprochen hast, um auch mal so ein Spiel, einfach mal den Ball zu nehmen und den Fuß drauf zu machen und zu sagen, so chill, wir kontrollieren das Ding jetzt, wir führen 1-0, die müssen kommen, ich nehme den Ball mit der Sohle zurück, ich passe ihn auch mal zurück zum anderen Sechser. Ja, da fehlt ihm einfach auch so ein bisschen die Erfahrung und die Routine. Der ist da an der Stelle einfach noch zu sehr Hitzkopf und hat vielleicht... Da sind wir zu sehr Boateng verwöhnt auch, muss man sagen. Boateng war halt ein ganz anderer Spielertyp, der hatte ein ganz anderes Standing. Ja, wenn der gesagt hat, so jetzt machen wir hier alle mal einen Gang raus, dann haben die das gemacht. Wenn Gacinovic das sagt, dann laufen sie links und rechts an ihm vorbei und denken so, okay, hat er was gesagt? Also, so kommt es, so wirkt es zumindestens. Ich will mich auch gar nicht zu sehr auf ihn einschießen, weil er natürlich auch davon abhängig ist, dass spielerisch sowieso nicht viel läuft, muss man ja auch sagen. Also wir haben es ja gesehen, wir haben es ja in Leipzig angesprochen, und er hat zwei lange Bälle, dass er das alleine nicht reißen kann, ist auch klar. Trotzdem haben wir es angesprochen, das wollte ich einfach nur noch mal kurz loswerden, das soll gar keine Generalkritik an ihm sein, weil er trotzdem, wie gesagt, trotzdem mit unser bester Mittelfeldspieler ist. Das ist für mich trotzdem auch noch mal, und da muss ich auch noch mal kurz ansprechen, für mich trotzdem ein Fehler in der Kaderplanung, weil wir dieses Problem haben wir schon vor der Saison gesehen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mal hoffe, dass Rode und Fernandes auf der Sechs spielen, weil das ist trotzdem zu wenig. Das kann keine spielerische Kultur. Fehler in der Kaderplanung ist das eine, aber das andere ist dann auch, dass du quasi, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es wäre eine Vermutung, die ich an der Stelle habe, dass du zu schnell dann von Plan A auf Plan B wechselst. Marschrichtung ist durch die Mitte mit den zwei Sechsern, spielt über Gacinovic auf der Zehn in die Stürmer. Das machst du dreimal, es funktioniert nicht, und dann sagen die hinten, alles klar, funktioniert nicht, also ab jetzt Plan B, Langerhafer. Und da müsste dann eigentlich einer hingehen und sagen, nix da Langerhafer, der Plan ist durch die Mitte, und wir ziehen das Thema jetzt durch, weil irgendwann klappt es auch. Ja, aber wenn du immer wieder abbrichst, dann hast du halt auch keinen Lernerfolg bei dem Thema. Ist eine Wahrnehmung, weiß ich nicht, ob es so ist. Ja, kann gut sein. Ich finde es auch schön, dass Basti das eben nochmal ganz kurz erwähnt hat. Wir setzen ja nur sowieso so viel Hoffnung in Gacinovic, weil wir wissen, was er kann. Weißt du, das wollte ich auch nochmal kurz erwähnen, weil wir einfach an ihm festhalten wollen, weil er so ein Spieler ist, der uns emotional ans Herz gewachsen ist, und wir wollen ja eigentlich nur sein Bestes. Aber wie das so ist mit den besten Pferden, die trittst du manchmal am meisten und bist dann enttäuscht, weil sie nicht die Leistung bringen, die dir hoffst. Also das ist ja, und trotzdem ist es ein guter Spieler und so weiter und so fort. Aber es ist halt so, das wird jetzt so ein bisschen versäumt. Geraldis ist nicht eingeschlagen, hat überhaupt nicht funktioniert, da sind viele Faktoren reingespielt und jetzt arbeitest du halt einfach damit, dass du genau diese Position nicht anders besetzen kannst. Das ist halt auch ein problematisches Ding, ist halt, sorry, dass einfach zu viele von denen, die in Frage kommen, mit sich selber zu kämpfen haben. Du kannst ja Williams auch nicht stellen, der ist ja ein Sicherheitsrisiko. Boah, was hab ich mich wieder aufgerechnet. Nein, Williams, der ist ja wirklich ein Sicherheitsrisiko, gerade in dieser neuralgischen Position in der Zentrale. Wenn er als Linksverteidiger ist, da können die Mitspieler ein bisschen helfen, wenn er mal irgendwie die Räume nicht zumacht. Da kann er vielleicht auch mal eins gegen eins gehen, wenn du dann auf den Außenball verlierst, ist das auch noch nicht, dann brennt es noch nicht so krass. Aber der hat diese ersten Spieler als Sechser, der war ja gut. Also da haben wir ja gedacht, puh, krass, da müssen wir ja auch unsere Meinung revidieren, dass wir sagen, okay, das ist vielleicht doch was, was man öfter machen kann. Kaum hatte man sich damit irgendwie angefreundet, ja, war es auch schon wieder vorbei. Das heißt, die Guzman ist völlig unter Form, Williams völlig unter Form, Rodin Fernandes verletzt, Gacino wird später die Zweikammpferde, Toro verletzt, so. Das ist einfach auch Sachen, mit denen müssen wir einfach klarkommen, weil die sind so. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn man bedenkt, dass wir ja im Winter trotzdem drei Spieler geholt haben und dass dann halt nicht einer dabei war, der vielleicht ja auch im Mittelfeld spielt, statt dann irgendwie Rechtsverteidiger oder oder. So ein bisschen, ich hätte mir das halt gewünscht, das ist jetzt nicht so, Marvin hat es gesagt, wir müssen jetzt damit arbeiten. Es kann trotzdem sich für uns zum Problem entwickeln, weil die Gegner sich dann auf diese Spielweise, die wir dann zwangsweise nehmen, durch diese spielerische Armut in der Zentrale, da kannst du dich viel leichter darauf einstellen. Ganz ehrlich, und Haller, Haller, sorry, und den muss ich auch noch mal ansprechen, der hält das nicht durch, der arme Kerl. Der Typ muss ja in jedem Spiel, muss der in Luftkämpfe gehen, um irgendwie die anderen Leute in Szene zu setzen und kriegt dabei, man weiß das ja, jeder, der selber gekickt hat, weiß, dass das ja nicht nur das Kopfballdreer an sich ist, sondern dann kriegst du mit dem Ellbogen eine mit, dann kriegst du mit dem Knienpferdekuss, dann haut dir einer ein verstecktes Fall da, bla bla. Der Typ hat wahrscheinlich nach dem Spiel 80 blaue Flecken und merkt dann, okay, aber irgendwie kommt da nichts bei rum, weil diese Redunanz dann, diese langen Bälle haben, diese Häufigkeit, diese Frequenz davon ist einfach zu hoch, als dass er dann auch immer top konzentriert sein muss. Was man daran merkt, der hat glaube ich in seinen ersten Spielen, wo wir sagen, Haller ist jetzt richtig da, hat er glaube ich nicht einen Zweikampfgefühl verloren, nicht einen. Das fängt jetzt langsam auch an, das ist ihm, der kann einfach das nicht mehr machen, weil ich mir das auch selbst, nicht nur körperlich, auch mental stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, wenn du immer wieder immer auf die Knochen kriegst und auch immer nicht so aussichtsreiche Nummern rein musst, weißt du was ich meine? Das ist wie wenn du, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, du machst irgendeine ganz schwierige Aufgabe und weißt am Ende nicht mal, ob das was bringt und dich da immer wieder für zu motivieren, da habe ich allerhöchsten Respekt vor, er macht es jetzt noch, aber ich weiß nicht, ob man ihn damit auch nicht verschleißt, so ein bisschen. Bin ich bei dir, ja. Wobei, darfst du auch nicht vergessen, auch im letzten Jahr hat er genau ähnliche Situationen gehabt. Es war auch im letzten Jahr nicht einfach unter Kovac für ihn den Weg zu finden und er hat es geschafft und ist ja diese Saison noch besser geworden. Aber ist das nicht auch sowieso als Stürmer, ist der da nicht von vorne, wie gesagt, ich habe nie wirklich Fußball in einem Verein oder irgendwas gespielt, aber ist hier nicht als Stürmer sowieso klar, dass du permanent einen auf den Fuß kriegst? Das sowieso natürlich. Mit diesen langen Bällen, das meint, glaube ich, hast du wirklich nur noch dieses mittel langer Hafer, langer Hafer, das haben wir ja wirklich, wir haben ja die letzten Spiele auch, wir haben es ja schon angesprochen gehabt, auch mit einem Rode und einem Fernandes auf der Doppel-Sechs wird es garantiert nie zu einem super schönen Spielaufbau über die Positionen kommen und dadurch das mittel-langer Pass ja auch völlig legitim ist, nur in dieser Häufigkeit. Ich glaube, Basti, das ist das, was du meinst, dass du eben in so einem Spiel dann 50, 60 so lange Bälle hast, die du ja nie alle verarbeiten kannst und dann ist natürlich die Häufigkeit, dann hast du Misserfolge, das kann ich mir schon vorstellen, dass das für einen Spieler dann auch ist, will ich jetzt hier wirklich 110 Prozent jedes Mal geben, um den Kopfball vielleicht zu gewinnen und dabei wieder erst mal einen Knie in den Rücken zu bekommen oder sage ich doch mal, komm, dann mache ich die Hälfte und suche mir die Schönsten dabei raus. Das ist natürlich ein großes Problem, was aber ja auch mit der Situation zusammenhängt, im Moment ist es natürlich schwierig, dass wir weder einen Spielmacher haben, der wirklich greift, noch die Position teilweise dann so ja auch noch mal doppelt besetzen können. Wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, mit Patienz ja vielleicht mal auch mit vorne reinstellen, dass der Haller da ein bisschen ablöst. Er hat ja jetzt glaube ich beim letzten in Gladbach hat er kurz gespielt, muss man mal schauen, ob das vielleicht auch jemand ist, der vielleicht mal zumindest Haller auch eine Pause gönnen kann. Ist halt schon krass. Das passt nämlich auch wunderbar zu einer, zu dem Teil der ersten Hörerfrage, die wir bekommen haben. Da werden wir nämlich gefragt, wie unsere Meinung dazu ist, dass Hütter verhältnismäßig spät immer erst auswechselt, nämlich wirklich immer erst nach der 75. Minute. Der Hörer hat das mal aufgeschrieben in den letzten Spielen, wo es wirklich immer erst nach der 75. Minute war, wenn jetzt nicht irgendwie ein verletzungsbedingter Wechsel drin ist. Gerade in solchen Situationen, wo du das ja eigentlich siehst, liegt das dann daran, dass wir einfach zu wenig Qualität auf der Bank haben oder gibt es da eurer Meinung nach noch einen anderen Grund? Ich glaube, das ist so ein Trainer-Ding. Ich glaube, es gibt Trainer, die eine gewisse Statik in das Spiel reinbringen wollen und gewisse Automatismen und gewisse Abläufe auch gerade beim Anlaufen in der Verteidigung und da ist Hütter ja sowieso einer. Wir haben ja diesen Stressfußball haben wir auch schon beschrieben und da muss ja wirklich immer ein Rädchen ins andere greifen und ich glaube, es gibt viele Trainer, das haben wir auch schon öfter erlebt, hier in Frankfurt auch schon, das ist einfach, glaube ich, einfach eine Sache der Einstellung der Trainer, die dann sagen, okay, ich will dieses Konstrukt, was ich da irgendwie habe, nicht auseinanderreißen und dann da irgendwie Stress reinzubringen, weil du hast ja gesehen, als Fernandes draußen war, sind dann plötzlich Lücken da. Also da passiert ja was. So ein anderer Spieler ist drin, der vielleicht dann eben anders irgendwas interpretiert, ich glaube, das ist so eine Sache, das sind Trainer, wir haben es ja in Leipzig auch gesagt, da hättest du ja jeden auswechseln können, da haben wir fast auch nicht gewechselt, weil er einfach dann sagt, okay, die sind jetzt so in diesem Fight drin, diese Null zumindest zu halten, die will ich jetzt keine Unruhe reinbringen, aber ich kann euch auch verstehen oder ich kann alle die verstehen, die das nicht gut finden, weil es sind halt zwei verschiedene Ansätze, die beides Vor- und Nachteile haben, weil du kannst nämlich durch den Wechsel natürlich auch frischen Wind reinbringen und das ist genau das, was ihr auch mit Patienz in den letzten Wochen gesagt habt, das wünsche ich mir auch und ich habe es ehrlich gesagt, das wäre so geil gewesen, hätte er das 2-1 gemacht. Ich hätte es mir schon gegönnt. Ja, das wäre richtig geil gewesen, aber nein, aber das sind zwei, aber Jovic war doch unser Edeljoker am Anfang die ganze Zeit noch gewesen oder war das noch, war das noch unter Kovac? Nee, nee, der war schon, nee, nee. Jovic kam auch erst wirklich beim Hannover-Spiel, so ist er mit in die Saison gekommen. Ja, da war ja auch eine andere Mannschaft auf dem Platz, im Endeffekt, da war Fabian sogar, glaube ich, in Dortmund hat er noch gespielt. Ja, aber nochmal zur Thematik, fehlt uns die Qualität in einer gewissen Weise, fehlt uns trotzdem schon die Qualität auf der Bank, sehe ich auch so, aber das Interessante ist halt aber auch, das würden wir immer wieder sagen. Ich habe so das Gefühl, sagen wir jedes Jahr, dass uns die Qualität auf der Bank fehlt. Das sagen wir jedes Jahr genauso, wie wir gefühlt seit neun Jahren sagen, dass unsere Standards schrecklich sind, sowohl vorne als auch hinten. Aber überleg dir mal, wie viele Tore in der nächsten Zeit die Standards gefallen sind. Das ist korrekt, aber wie oft ist es, dass du eine Eintracht-Ecke siehst und denkst, alles klar, jetzt zwei Minuten Luft anhalten, weil der nächste Konter kommt auf unser Tor. Also die Situation haben wir auch noch. Ich will nur sagen, klar, wir beschweren uns, aber wenn wir dann mal trotzdem überlegen, was vor ein paar Jahren noch auf dem Platz bei der Eintracht war, dann muss man sagen, es ist eine konstante Weiterentwicklung, die läuft vielleicht nicht so schnell, wie wir sie uns immer wünschen, aber man muss auch hier sagen, okay, die Eintracht versucht an allen Ecken und Enden zu schrauben, neue Leute zu holen. Du siehst, es gibt viele Dinge, die richtig geil funktionieren, wie halt ein Kostic. Meine Güte, ey, Kostic, niemand hat einen Fick auf ihn gegeben, wenn wir mal ganz ehrlich sind vor der Saison. Und er spielt hier eine solide Runde nach der anderen. An Allaire ist ein Spieler, der aus den fucking Holland gekommen ist und natürlich hat er da Tore geschossen, aber der hat auch irgendwie die Hälfte seiner Tore, waren irgendwie Elfmeter-Tore und so. Und wie er sich in der Bundesliga etabliert hat, das ist auch alle Ehren wert. Über Rebic, naja, haben wir schon viele Worte verloren. Da sind, da passen so viele Rädchen momentan trotzdem immer noch ganz gut ineinander rein. Natürlich fehlt uns der absolute Schwachpunkt, das ist ein offensives Mittelfeld. Da haben wir noch keinen Ersatz gefunden, da war Geraldis eine Fehlverpflichtung. Da muss dran gearbeitet werden. Ja, aber gut, trotzdem ist es so, wir können einigermaßen noch zufrieden sein. Tut mir leid, ich versuche jetzt ich wollte gerade sagen, ich glaube, diesen Turn, den Marvin gerade gemacht hat, mit dem müssen wir allgemein auch gehen, weil wir regen uns auf höherem Niveau auf, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Also ich glaube, wenn uns einer vor zwei Jahren das gesagt hätte, hätten wir gesagt, ja hier, nimm alles Geld, was ich habe hier, ich unterschreibe alles zu. Weil die Sache ist ja die, weil jetzt mal eine kleine Delle drin ist und das waren halt auch schwere Gegner, gegen die wir in der Vorrunde, da haben wir auch eine Entwicklung zumindest gesehen, wir haben jetzt drei Punkte mehr aus diesen Spielen rausgeholt. Also wir haben das in der Hinrunde alles verloren gegen die und teilweise auch echt schlecht. Also ich erinnere mich an das Spiel in Gladbach, das war ja grauenhaft. Das stimmt. Und das haben wir jetzt so ein bisschen geändert, wir haben gegen Dortmund einen Punkt geholt, wir haben sogar in Leipzig einen Punkt geholt, wo wirklich nicht viele Leute einen Punkt geholt. Man muss aufpassen, dass man sich wirklich nicht, weil halt jetzt die letzten Ergebnisse keine Siege dabei waren. Und da muss aufpassen, dass man sich davon nicht zu runterziehen lässt und dass man das nicht in seine individuelle Bewertung von einzelnen Spielern auch reinfließen lässt. Weil das ist ja klar, wenn die ganze Mannschaft irgendwie nicht funktioniert oder nicht gewinnt, dann ist auch kein Spieler da, der sich krass, krass hervortut. Außer Hintergrer vielleicht. Grüße. Aber wir müssen auch, weil die entscheidenden Wochen, wo wir uns dann aufregen müssen, können, dürfen, die kommen erst noch. Das heißt, wenn wir zu Hause in Nürnberg nicht gewinnen, wenn wir in Hannover nicht hoch gewinnen sogar, dann wird, das sind doch die entscheidenden Sachen jetzt. Also das sind, zumindest in der Bundesliga sind das die Spiele, die wir in der Hinrunde wirklich, wo wir alles weggerohrt haben, was dazu geführt hat, dass wir da wirklich oben festgesetzt haben, uns festgesetzt haben. Das sind die Spiele und die kommen jetzt. Die kommen jetzt. Ich bin so gespannt, wie, 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 ja, wie sich das, wie sich das zeigen wird, wie die Mannschaft auftreten wird und wie die Mannschaft auftreten wird, wenn dieser Knoten mal wieder Platz, weil erinnern wir uns, das erste Spiel Hannover war auch dieser Knotenplatz, wo wir dann hoch gewonnen haben und dann wirklich in diese Euphorie kommen und ich glaube, das fehlt. Es ist so ein kleiner Knoten, der an vielen Stellen verknotet. Ihr kennt das, wenn ihr so alte Schuhe habt, da gibt es manchmal Schnürsenkel, wo ganz, ganz viele kleine Knoten sind. Hier ist ein kleiner Knoten spielerisch, da ist ein kleiner Knoten irgendwie mental, da ist ein kleiner Knoten Verletzung, bla, bla. So ein bisschen anfangen, den ersten Knoten zu lösen, das können am besten, das hört sich platt an, Ergebnisse einfach und Tore. Darauf hoffe ich jetzt und ich hoffe, dass die Eintracht natürlich am Donnerstag gewinnt, aber wenn wir jetzt nur über die Bundesliga reden, dass wir deutlich in Hannover gewinnen und das muss drin sein, weil das ist wahrscheinlich die schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeiten. Ich will eine Demonstration. No matter what, fertig. Ich will eine Demonstration. Ich will auch jetzt wirklich mal, dass wir mal zeigen, Mensch, wir können das. Wir bringen das gegen gute Mannschaften auf den Platz. Wir haben gezeigt, wir sind gegen den BVB vielleicht ebenbürtig gewesen und mir kann jeder erzählen, die ist jetzt eine Krise, bla, bla, bla. Du musst das mal machen. Mach es doch einfach erst mal. Und du musst erst mal gegen Gladbach souverän spielen. Das haben wir gemacht zum großen Teil. Und du hast dich nicht hundertprozentig belohnt, du hast aber gezeigt, dass du eigentlich ganz gut aus der Winterpause gekommen bist. Und jetzt musst du es reproduzieren, jetzt musst du zeigen, okay, Hannover, bam, aus die Maulung. Ja, genau so ist es. Nächste Gegner, auch selbst Hoffenheim, ist überhaupt nicht unschlagbar. Wirklich nicht. Und Nürnberg, ey, Leute, das ist wirklich eine Mannschaft, die bettelt darum, in die Zweitliga abzusteigen. Wir haben so viele richtig schlechte Kackmannschaften aktuell. Naja, es tut mir auch leid und ich muss echt sagen, wir haben ja, Nürnberg ist eine kontroverse Podcast-Folge davon von einem halben Jahr gehabt oder so. Mir tun die Nürnberger Fans ja mittlerweile schon fast leid, weil das, also ganz ehrlich, was da für ein Dilemma sich momentan abspielt, wo du denkst, Alter, warum haben die denn jetzt den Trainer entlassen? Was soll das denn besser machen? Das ist halt eine Mannschaft von der Qualität, von der Zweitliga-Mannschaft und du kannst froh sein, wenn sie irgendwie die Klasse halten und so weiter und so fort. Und da sind auch echt ein paar couragierte Spieler dabei. Aber trotzdem tut es nichts zur Sache, dass, ganz ehrlich, das sind Stuttgart, Hannover, Nürnberg, selbst Augsburg und gegen die spielen wir alle noch mal vor, Tuna Düsseldorf. Ey, drei Punkte pro Spiel? Tut mir leid, muss möglich sein. Muss drin sein. Bin ich voll bei dir, Marvin. Habt ihr noch was zum Gladbach-Spiel oder sollen wir mal hier in unserer Themenliste weiterlaufen? Weiterlaufen. Weiterlaufen. Dann laufen wir mal weiter. Erstmal kleine Randnotiz an der Stelle noch. Der, die Laie von Alan wurde vorzeitig beendet. Jetzt, er ist damit jetzt wieder auf dem Weg oder ist wieder zurück in, was war es, Brasilien? Ja, der Burger, der Burger Patty, wollte ich schon sagen, der Burger Buddy von ihm ist ja jetzt weg. Ja, der ist ja mittlerweile in den USA und deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoll für ihn. Hatte er mehr als eine Einwechslung in, bislang bei uns, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat doch mal Euroleague auch gespielt. Der Euroleague hat er doch mal verarbeitet. Drei Mal hatte er. Stimmt. Stimmt, siehst du, es ist, so sehr ist mir das im Gedächtnis geblieben, Großart. Ja, ich weiß nicht, es tut mir auch leid, irgendwie. Aber das ist halt, der war, ich sag mal so, es war trotzdem kostneutral, die Abwicklung insofern für uns nicht ganz so dramatisch. Ja, war aber auch wieder so eins, wenn der Linger wurde, am Ende dachtest du, so ein bisschen Hoffnung ist da dran und am Ende ist es dann doch irgendwie nichts draus geworden. So, und wenn wir gerade eben bei noch Transfer und aktuelles sind, das ist mir nämlich gerade eben auch erst wieder eingefallen, es gab nach dem Gladbach-Spiel ein, ihr sagt schon, das mit dem Mikrofon, Interview, danke, wo Herr Bobic befragt worden ist und da ist er, hat man ihm zwei verhältnismäßig schlaue Fragen gestellt, einmal die Frage nach Kaufoption bei Jovic, wo er nochmal ganz klar gesagt hat, ja, ja, die ziehen wir, überhaupt kein Team, haben wir noch die Möglichkeit, machen wir langsam. Und die zweite Frage war, wie viele konkrete Angebote habt ihr denn auf dem Tisch liegen, wo ein Betrag drunter steht und da war seine Aussage, keine. Ja, das übliche Geplänkel, also weißt du, das ist wieder dieses Stand-Jetzt-Ding, nur, also, wenn ich jetzt Real Madrid bin und will Jovic haben, da rufe ich doch erstmal den Berater an, dann redet der Berater mit Jovic, dann wird irgendwie über Unterhändler werden irgendwie die Zahlen rausgefunden, was will die Eintritte überhaupt haben, das geht dann über 80 Ecken, natürlich ist dann auch kein offizielles Angebot da, das heißt ja aber nicht, dass die die Zahlen grob leben, das ist ja dann rum und dann kommt der Tag, wo die anrufen und sagen, hier Leute, wir haben gehört, bla bla, wir haben mit dem Spieler schon gesprochen, wir wollen Luka Jovic haben, wir bieten euch 15 Euro, ja oder nein, so, dann wird ganz normal verhandelt, natürlich gibt es dann auch kein offizielles Angebot, nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass dieses Angebot oder dieses Interesse nicht existiert, Ich bin aber auch ganz ehrlich, ja, was wolltest du noch sagen? Ja, alles gut. Geht mir auf den Sack, gerade überhaupt keinen Bock darüber zu reden, weil ich will, dass diese Spiele erst nochmal zeigen, dass sie ihr Geld wert sind, wir sind gerade inmitten der Rückrunde und natürlich kommt diese Diskussion auf, aber es lässt sich doch der Faktor jetzt gar nichts dran ändern und das muss auch, das ist eine Diskussion, die gar nicht öffentlich geführt werden muss, die werden schon ihre Deals machen, das können die aber auch hinter verschlossenen Türen machen, das können die auch, wenn jeder die Klappe hält, wahrscheinlich ist es aber sogar Ziel gewesen, um dieses ursprüngliche Interesse erstmal zu lancieren, damit man weiß, okay, da muss jetzt ein großer Betrag aufgerufen werden. Ich glaube, alle weiteren Dinge werden auch, und da schätze ich Bobic genauso ein, eher im Kleinen eingetütet, damit wir es jetzt auch gar nicht müssen, weil ganz ehrlich, der Fokus muss jetzt echt extrem auf dem Sportlichen liegen und da brauche ich jeden dieser drei da vorne in seiner besten Qualität und nicht in Gedanken und in den Sparen. können wir gar nicht brauchen. Ja, so ist es. Aber andererseits, ich glaube auch, und Pasti, das hast du ja mal schon erwähnt, dass die Spiele gedanklich schon noch bei uns sind, wenn man so das eine oder andere hört, was so im Umfeld passiert. Insofern glaube ich auch, dass die lieber Ziele noch jetzt erreichen wollen und sich dann erst beschäftigen mit dem Multimillionen-Dollar-Vertrag, den sie dann... Eben, es ist ja auch noch Zeit. Also, so ist es. Dann nehmen wir die Unruhe an der Stelle wieder raus und kommen wieder auf das Sportliche. Wir spielen am Donnerstag 18.55 zu Hause im Rückspiel gegen Shakhtar Donetsk. Wie auch immer man die richtig ausspricht, da müsste er Fußball 2000 für schauen, dass er wie das geht, da halte ich mich hier raus, das ist mir vollkommen egal. Genau, du hattest ja vorhin schon angesprochen, eigentlich wäre diese diese Anstoßzeit für das Auswärtsspiel irgendwie geiler gewesen. Ich glaube, 21 Uhr zu Hause wäre halt schon irgendwie charmanter, da würden es auch mehr Leute hinschaffen. Wahrscheinlich habe ich sogar nicht mal realistisch bei der Uhrzeit eine Chance, es im Fernsehen zu gucken, wo ich mich mega drauf freue, dass das so ist. Dies ist das Ananas. Wir werden ein bisschen rotieren müssen in der Aufstellung. Rode und Fernandes ist ja angedeutet, werden wahrscheinlich keine Optionen werden für den Donnerstag. Adi Hütter hatte vorhin noch gesagt, er glaubt nicht an Wunderheilung, also da glaube ich nicht so richtig dran. Aber eventuell kommt Abraham zurück in den Kader und da muss ich sagen, jetzt wird es wirklich interessant, denn ich glaube auch, dass Adi Hütter eher, wie Basti vorhin schon schön dargestellt hat, eher der Verfechter eines eingespielten, ja, ich sag's mal, Blocks ist. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass einfach um die Abwehr und das Konstrukt da eventuell auf der Doppel-Sechs auch ein bisschen zu stabilisieren, dass Hasebe mal vor die Abwehr rückt. Wäre natürlich eine Option, dass wenn Abraham fittest, dass du ihn in die Innenverteidigung packst und dann Hasebe nach vorne ziehst. Ich wollte noch gerade noch kompletieren, das ist natürlich auch auf der Seite des Gegners. Zwei Ausfälle gibt einmal Stepanenko, der ja mit Gelbrut sich eine Spielpause gegönnt hat und wie heißt der andere? Grifzov, der hat die dritte oder vierte gelbe Karte gesehen und ist damit auch für ein Spiel gesperrt. Also die haben auch zwei weniger. Ja, aber der Dennis hat glaube ich das Hauptproblem schon angesprochen. Das sind die Sechs, wenn Rode und Fernandes ausfallen, haben wir eigentlich ein Problem. Also ich befürchte, ich befürchte, dass einer dann, dass der Guzman leider in Anführungszeichen spielen wird. Ja, oder Willems. Ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das tut mir leid, das geht nicht über 90 Minuten gut. Ich glaube aber, ich habe jetzt eine Variante im Kopf, ehrlich gesagt, die, ja, die ist ein bisschen absurd, aber ich würde Indica auf die Sechs stellen. Also für mich ist Indica der Spielstärkste von denen hinten. Also ich sehe Abraham überhaupt nicht auf der Sechs, ich sehe Hinteregger überhaupt nicht auf der Sechs. Ich auch nicht. Aber Hasebe kam ja früher von der Sechs. Ja, aber ihr erinnert dich an die Spiele, ja, wo das so war, das ist, er ist trotzdem in einem Alter, wo er nicht mehr komplett in dieses Geschehen mit rein sollte, sondern er muss diesen Überblick haben als, und das auf diese Rolle von ihm, die er so unfassbar spielt, Hasebe ist für mich der beste Spieler zur Zeit, also mit Abstand. Ja, Hasebe ist der beste und wichtigste Spieler. Aber auch wirklich nur auf dieser Position. Da ist er irgendwie 200% korrekt und bei allem anderen weiß ich nicht. Ich sehe Indica mit seinem linken Fuß. Ich würde Guzman und Indica auf die Doppelsechs stellen, weil ich Indica den so ein bisschen ganz, ganz mini klein, so ein bisschen Patrick Virat hat er schon in sich, so ein bisschen. Boah, jetzt steht er aber hier. Kannst schon so ein bisschen, ja, kannst schon so ein bisschen, bisschen gut kicken mit seinem linken Fuß, der ist einigermaßen ruhig am Ball, aber sein machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich wird Marco Russo auf der Sechs spielen. Ja, da bist du jetzt irgendwie von so total viel Hoffnung hier mit kleiner Vieira, bist du jetzt hier aber auch gerade eben, da hast du irgendwie, bevor du mir die Keule übergezogen hast, noch drei Nägel reingehauen. Ja, das Problem ist aber einfach und das Problem ist einfach das eine, ist die Wunschvorstellung, die du aber nicht auf einem Niveau, was jetzt eigentlich herrscht, machen kannst. Das ist das Problem, als, stell dir mal vor, in einer normalen Bundesliga-Competition jetzt gegen Augsburg oder so, wäre das mal eine geile Option. Ja, aber wir arbeiten, aber wir arbeiten hier mit dem Wichtigsten, was für die Frankfurter Eintracht in diesem Jahr ansteht. Ja, die müssen nicht zweitig weiterkommen, aber es geht halt um extrem viel. Es geht darum, den Hype in die nächste Runde zu transportieren. Es geht darum, die Mannschaft irgendwie weiter zu transportieren. und ich weiß nicht, ja, du willst sagen, dass du Probleme mit Russen hast auf der Position, ne? Ne, ich will eigentlich sagen, dass wir an der Stelle schon gewinnen müssen, weil wir haben die Tür jetzt halt schon aufgeschlossen, unseren Spalt aufgemacht und die Hand reingesteckt. Da will ich jetzt nicht, dass von der anderen Seite einer kommt und das Ding zuknallt, während die Hand da drin steckt. Richtig, das ist ja vollkommen legitim. Finde ich ja auch gut so, aber weil das halt so ist, muss es halt sichern und vielleicht ist es dann einfach besser, wenn du hast jemanden, der zumindest, ja, stabil, oder du weißt zumindest, was du an ihm hast mit Marco Russ und er ist ja auch kein Schlechter. Wenn er jetzt mal ein Spiel macht, dann wird er das vielleicht auch ganz gut machen. Das ist ja für ihn auch mit 33 nochmal eine heiße Kiste. Ich weiß nicht, anders kann... Ja, wahrscheinlich, er hat ja auch schon gespielt ab und zu. Ja, ja, das wäre jetzt wahrscheinlich ein Problem, ja. Wir müssen auch gucken, also Abraham hat sehr gut individuell trainiert und die Aussage war, wenn er jetzt ein paar Tage trainiert, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass er fürs Donnerspiel ein Thema ist. Das ist natürlich... Ja, das ist so sehr dünnes Eis. Wahrscheinlich ist es für Abraham auch besser, wenn er dann in Hannover wieder zum Einsatz kommt. Da machen wir uns nichts vor. Weil, wie Dennis hat es schon angesprochen, da hinten stimmt es ja momentan. Also Hinteregger ist ja Wahnsinn. Das kann man trotzdem auch nicht jede Woche oft genug sagen. Der Typ kommt hier völlig kalt hin, trainiert nicht mit der Mannschaft, bla, bla. Und man merkt schon, dass er den Trainer halt kennt. So ein bisschen, dass der Trainer weiß, wie er ihn einzusetzen hat. Der Typ hat geile Szenen in jedem Spiel. Der Typ ist ein absoluter Fighter. Das könnte... Der ist wirklich jetzt schon auf dem Weg zum Publikumsliebling. Und das ist bei Eintracht gar nicht so einfach. Der ist Publikumsliebling. Also innerhalb von zwei Spielen ist der da echt eine wichtige Personalie in der Mannschaft. Der hat auch 10, wenn der sich da Bälle holt. Und der macht... Der hat halt auch so Anzünderszenen drin, wo plötzlich die Aktion vom Platz auf den Rängen landet. So Aktion hat er, die vielleicht gar nichts mit einer gefährlichen Situation zu tun haben, sondern mit einer Balleroberung. Das haben er und Fernandas in den letzten Spielen echt gut gemacht. So die Zuschauer auch... Er ist manchmal so ein bisschen Dynamit. Er ist manchmal so ein bisschen Dynamit. Und zündet mich dann aber auch an. Also das ist halt so das Ding, wo du denkst, okay, jetzt springt der Funke hier voll auch auf die Fälle drüber, weil du das nicht gewohnt bist. Ich meine, ganz ehrlich, wie schwierig ist es für Spiele, sich erst mal ein neues Niveau zu gewinnen und bei dem denkst du, okay, Alex, vielleicht war der eigentlich schon immer da, hat aber eine Maske aufgehabt oder so. Ja, und richtig geil. Also das gefällt mir und das finde ich gut. Und so Spiele hast du leider nicht ganz so oft. Und wenn ich dann daran denke, okay, wir könnten da noch einstellen, da gibt es natürlich nominell einen Markstenderer, aber da brauchen wir uns auch nicht. Ja, nee, weiß ich auch nicht. Also, boah. Das wird sehr, sehr interessant. Du kannst halt auch wirklich, aber das ist wahrscheinlich zu risikoreich, Gatschinovic und Degussmann nehmen, aber das ist zu krass. Also das ist die... Stell dir mal vor, du spielst erst die ganze Zeit mit Rode und Fernandes, um es abzusichern, und dann spielst du mit Gatschinovic und Degussmann. Das ist zu vieles Guten dann. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Hütter sich einfallen lässt, weil das ist nicht einfach, weil wirklich keine optimale Lösung irgendwie auf der Straße liegt, weil Russ ist natürlich, und Marvin hat es gesagt, und erinnern wir uns an das Rom-Spiel, da hat er, glaube ich, auch gespielt, da hat er das auch, da hat er sich von der Mannschaft mitreißen lassen, hat es auch gut gemacht, und wir haben ja immer gesagt, Russ wird erst problematisch ab Spiel drei oder vier, und für diesen einen magischen Abend kann der das auch bringen. Für ihn ist das ja auch nochmal ein Abschluss-Highlight seiner Karriere, die auch nicht mehr so lange dauern wird, gerade nicht auf diesem Niveau wahrscheinlich. Und wenn er da alles rausballern kann, dann kann er wirklich nicht dieser Sechser sein, der zumindest die Lücken schließt mit seiner Erfahrung so ein bisschen. Er darf halt nicht viel ins Passspiel gehen, sag ich mal. Aber das kann, das kann für einen Abend, kann das funktionieren, ohne dass wir vorher Bauchgeschmerzen haben müssen. Es ist natürlich trotzdem, bleibe ich dabei, keine Ideallösung, aber es ist jetzt nun so, es bringt ja auch nichts, sich jetzt darüber zu ärgern, sondern man muss jetzt gucken, was sind die optimale Lösungen. Hütter wird das im Training ausarbeiten. Ich vertraue ihm da auch. Hütter ist für mich ein Trainer, der hat sich auch viel Vertrauen bei uns und bei den Fans und bei mir auch erarbeitet, zu sagen, okay, ich vertraue seiner Kompetenz, dass er das besser weiß als ich. Ich würde es jetzt nicht entscheiden wollen, was jetzt zu tun ist. Was wäre denn, um die Aufstellung zu kompletieren? Also Trapp im Tor, brauchen wir glaube ich nicht darüber zu diskutieren. Sehr wahrscheinlich Nika, Hasebe, Hinteregger in der Innenverteidigung. Dann haben wir davor Kostic, Russ, neben Russ, der Gußmann. Ja. Und da Kosta. Und da Kosta. Und davor die Straßenbande, oder? Ich rechne mit der Straßenbande, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, Rebic geht wieder auf die Zehn. Ja, oder wieder so ein Wechsel wie Leipzig. Da war Jovic auch mal auf der Zehn Haller in der Mitte, so die beiden ein bisschen außen so. Ich würde auch gerne Haller am Donnerstag sehen. Nicht, ja, wie jetzt beim letzten Spiel. Ich würde gerne mal mit Haller vorne spielen, ja. Ja, Jovic auf der Zehn, finde ich, geht gar nicht. Das ist definitiv nicht seine Position. Da kann der nichts mit anfangen. Ja gut, aber ich meine, die wechseln ja eh. Das ist dann im Endeffekt Wurst. Also wenn Haller wieder zentral angespielt wird, dann können die beiden ja ein bisschen noch auf die Außen. Diese drei sind ja nicht statisch dann. Ja, ja, klar. Aber eigentlich kann es keiner von den drei, wenn wir ehrlich sind. Also Rebic kann das auch nicht. Rebic kriegt seine Beine auch nicht schnell genug sortiert, um irgendwelche Steckpässe zu spielen. Nee. Der braucht halt diese Athletik und das hat er gegen Gladbach, um ganz kurz nochmal den Turn zu Gladbach zu machen, das hat er auch krass gut gemacht. Der Typ ist schon ein Soldat. Also der Typ stellt seinen Kalb rein, dann prallen die Leute an ihm ab, sagt er, was ist los mit dir? Lass mich in Ruhe. So. Natürlich nicht ganz so glücklich, wie er in der Vergangenheit vielleicht ergeht hat. ein paar komische Szenen drin gehabt, aber das ist trotzdem ein Spieler, auf den würde ich jetzt nicht ohne Not verzichten wollen. Deswegen, wenn ich von den Vieren, und Gacinovic zähle ich jetzt einfach mal dazu, wenn ich von den Vieren einen rausnehmen muss, ist das Gacinovic einfach. Und deswegen würde ich die Kröte schlucken, auch wenn ich weiß, dass sich die Statik dann wieder dahingehend verändert, dass wir gerade mit den Ausfällen im Defensiv-Mittelfeld, dass das wieder auf so eine viele lange Delle nur mal herauslaufen wird. Wenn dann einer durchrutscht, die Eintracht führt 1-0, dann wäre das rechtzeitig. Ja, wobei Donner ist durchaus im Hinspiel, der auch Räume da an der Stelle angeboten hat. Also die sind ja durchaus auch auf Offensiv-Fußball bedacht. Da hast du schon auch die ein oder andere Lücke, die du dann da mal irgendwie bespielen kannst, wenn es halt nicht wieder irgendwie so ein Ball ist, der dir irgendwie von hinten ins Kreuz fällt. Und unsere Außen kommen deutlich besser ins Spiel wieder. Also ich finde da Kosta und Kostic, beide wieder deutlich besser im Spiel. Deutliche Formsteigerung die letzten zwei Spiele. Also ich denke, da könnte auch was gehen über die Seiten. Dementsprechend mache ich mir da gar keine Gedanken. Sehr guter Punkt. Und was wir auch einfach, das sage ich auch immer mal wieder, wenn ich weiß, dass gewisse Leute gewisse Schwächen haben, aber beschäftige diesen Torhüter. Ja, auch wirklich mal ein bisschen aus der Distanz. Ja, du hast auch bei dem Hintereckertreffer im Hinspiel gemerkt, der Junge ist nicht aus dem Kasten. Und es gibt diese Optionen und du musst einfach mal ein bisschen aus der Entfernung, mal aus der Distanz was probieren. Und dann wird das schon funktionieren. Und das kann diese wirkliche magische Nacht werden. Und ich glaube, das wird es auch. Ich glaube, jeder hat Bock, keine Ahnung. Basti, du hast heute gemeint, naja, die Stimmung gegen Gladbach war so ein bisschen verhalten. Dennis, du wirst es ähnlich gesehen haben. Die wird aber hundertprozentig bis zum Erbrechen, ja, wird die Stimmung und diese Anspannung komplett am Kochen sein am Donnerstag. Ist aber halt auch ein ganz anderes Szenario. Also du musst halt auch bedenken, dass das ja nicht nur für die Spieler geistig und emotional und körperlich anstrengend ist, sondern für die Fans auch. Ja, du hast ja selbst vorhin von deinem Trip gesprochen, wie du da 28 Stunden oder was weiß ich was irgendwie oder fast 30 Stunden auf den Beinen warst, Basti war drei Tage da unterwegs. Der hat wahrscheinlich mindestens an den drei Tagen höchstens genauso viel geschlafen, wie du würde ich jetzt mal grob schätzen. Das ist ja für viele dann einfach auch extrem anstrengend. Da ist jetzt auch nichts zu erwarten, gerade wenn du gegen eine Mannschaft wie Gladbach, ja, du willst irgendwie mitspielen, aber so groß war die Chancenwahrscheinlichkeit, die man sich da ausgerechnet hat, jetzt auch nicht. Sonntagmittag ist auch immer nochmal was. Es ist Sonntagnachmittag. Das ist halt auch nochmal irgendwie ein schwieriges Szenario. Das haben wir ja auch schon des Öfteren angesprochen. Also von daher gibt es, glaube ich, wirklich viele Faktoren. Und Donnerstag ist halt ein komplett anderes Szenario. Da werden sich viele Leute den Tag komplett frei nehmen. Die werden da mit einer super Stimmung ankommen. Es wird eine geile Choreo geben, ohne dass ich die Pläne kenne, aber da bin ich mir einfach sicher. Du hast alle Möglichkeiten. Das wird ein reines Feuerwerk werden, stimmungsmäßig. Ich habe Bock. Ich habe auch Bock und Angst und alles. Ich habe auch Bock und ich kann es nicht mal gucken, verdammte Hände. Das ist Peak-Saison einfach. Das ist jetzt die, das ist einfach unterm Brennglas, die Saison einfach. Das kann wirklich über so viel entscheiden. Wir haben gemerkt auch, was dieses Spiel in Marseille damals, was das mit uns gemacht hat, was das mit den Fans gemacht hat. Das war so, da sind alle in die Saison gekommen. Durch dieses, durch dieses, durch diesen Sieg in Marseille. Danach lief es auch in der Liga geiler. Das kann jetzt auch, das kann sich, das kannst du auch mit in die Liga nehmen. Das ist dann eine gute Doppelbelastung, dass wenn du irgendwie so eine kleine Downer-Phase hast, die trotzdem auch auf hohem Niveau ist, haben wir angesprochen, aber das kann dich auch anzünden und sagen, dann rorst du nach Hannover weg und dann muss Hoffenheim erstmal kommen. Aber man hat es ja gesagt, die sind nicht unschlagbar. Also gerade hier, wenn die hier herfahren müssen, die haben sich auch gegen desolates Hannover auch schwerer getan, als sie hätten müssen. Und das ist einfach, dieses Spiel, das, ich halte es kaum aus. Also wir haben jetzt Montag, ich weiß nicht ganz genau, wie ich bis dahin schlafen soll, weil dann ist ja auch noch ein Spiel und stellt euch mal vor, dieses kranke Spiel geht in die Verlängerung oder so ein Kack. Also das kann ja alles passieren. Bitte nicht. 2-2 und dann macht die Eintracht noch in 18 Minuten, das ist 3-2. Ich bin jetzt schon zu alt und sogar noch einschalten. So viel Spannung will ich nicht. So viel Spannung will ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Es kann halt alles passieren. Ja, natürlich kann alles passieren, aber so viel Spannung will ich einfach an der Stelle nicht haben. Aber es kann natürlich dann wirklich, wie Basti gesagt hat, dann auch nochmal so einen Knotenlöser dann halt auch sein für die Gegner, die jetzt einfach dann in der Liga kommen, wenn der Druck dann so ein bisschen raus ist, wenn du weißt, okay, wir haben da jetzt nochmal eine Runde klar gemacht, vielleicht sogar dann irgendwie einen geilen Gegner und dann kommt halt Hannover und dann kannst du halt einfach mal den ganzen Frust einfach da dann auch mal loswerden. Fünf-Tore-Sieg, Hannover-Incoming. Lass uns mal noch tippen, was sagt ihr denn für den Donnerstag? Wie geht das Ding aus? Basti hat ja schon 120 Minuten plus x Szenarien aufgemalt. Ist das auch dein Tipp irgendwas in die Richtung? Ja, ich tippe tatsächlich 2-2. Du willst es echt wissen? Ich befehle es. Ich habe große Angst davor. Ich tippe es, um mich damit schon mal emotional auseinanderzusetzen, weil ich sonst im Stadion versterben werde. Ich bleibe da ganz optimistisch und sage, das wird einfach ein 3-1, sondern ist der Lachs gegessen. Das wäre so geil. Stellt euch die Stimmung vor, wenn das wirklich so ist. Ja, Marvin. Ich sage 2-1. Der Eintracht muss bis zum bitteren Ende irgendwie ausharren. Und der Sturmlauf von Donetsk wird bis in die 95. Minute gehen, weil der Schiedsrichter noch irgendwie länger laufen lässt und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh man hat das irgendwann ein Ende und irgendwann in der 97. Minute. Das ist aber nicht der gleiche Schiri, oder? Wir kriegen jetzt einen anderen. Es wird dann abgefiffen, wir sind in der nächsten Runde und ich höre nichts mehr von eurem scheiß Porto-Drama. Sehr geil, sehr geil, Marvin. Ich gehe ähnlich mit. Ich sage, es wird ein 3-2 und ich tippe, dass wir den Siegtreffer noch kurz vor Ende schießen und damit dann die Steine vom Herz halten. Alter, Debuch-Autor, das wäre geil. Du, ich dachte ja, da ist die Buchse aber sowas von voll, du Alter. Allerdings, allerdings, ja. Ganz ehrlich, es gibt so viele Szenarien, die wirklich, wirklich für Herzprobleme sorgen können. Du liegst 1-0 hinten und weißt, du brauchst trotzdem nur ein Tor. Und sie strafen uns alle Lügen, Da Costa macht wieder ein Tor, Russ macht irgendwie ein Kuffballtor nach einer Ecke und Gacinovic, der in der 80. eingewechselt wird, macht auch noch eins. Dann ist mir das auch. Ich sehe es schon kommen. Dann müssen wir nächste Woche alles revidieren. Oder Hinti wuchtet wieder einen rein. Hinti-Army. Die Hinti-Army, ja, großartig. Großartig. Ja, Leute, aber wer jetzt keinen Bock hat, der sollte sich untersuchen lassen. Ohne Mist. Ohne Mist. Ohne Mist. Ja. Alter. Ich bin nur schwer meine Gedanken konzentrieren. Ja, ich kann auch diese Angst und Gänsehaut wechseln sich gerade bei mir ab, wenn ich mir wirklich vorstelle, was Dennis gesagt hat. Boah, Alter, Leute, das sind Ereignisse, die tragen wir dann auch lange mit uns rum. Also so, weißt du, das ist so, du lebst quasi in der Gegenwart, weißt, aber das wird, es kann sein, dass das lange, lange Auswirkungen auf deine Gedanken und Emotionswelt hat. Das ist einfach irgendwie schon auch manchmal ein bisschen merkwürdig, dieses Gefühl. Das war ja beim Pokalfinale auch so, als du eine Halbzeit auf die Tafel guckst und hast gedacht, oh Gott, da steht da jetzt. Das kann jetzt ähnlich sein. Das war schwer anstrengend. Das ist fucking Europapokal und wenn wir ein bisschen Losglück haben, muss es ja danach auch noch nicht vorbei sein und wir hätten noch eine weitere Reise, wo wir mit unseren Freunden, das so eine Familie, wieder Europa bereisen können, geile Erlebnisse haben. Da steht so viel auf dem Spiel, das kann so viel positive Energien in allen uns freisetzen, in den Spielern, in den Verantwortlichen, bei uns, in der ganzen Stadt wieder. Wir haben es ja gemerkt, was hier möglich ist. Boah, Leute, dieses Spiel hat einfach alles, was wir wollen. Es wird dunkel sein, Flutlicht, das wird so laut sein, Marvin hat es schon gesagt, das wird kein Vergleich zum Sonntag sein, weil Dennis hat ja richtig angemerkt, so ein Sonntagabendspiel ist halt auch immer damit verbunden, dass das halbe Stadion keiner trinkt wahrscheinlich, weil jeder Montag arbeiten muss, anders als Samstag. Ja, also das ist wirklich so, dass du denkst, okay, dieses Spiel hat einfach alles und ich bin jetzt schon so heiß. Wenn wir schon gerade dabei sind, wenn du sagst, von wegen noch eine geile Reise mit Familie, Freunden, was auch immer, wer wäre denn von den verbleibenden Mannschaften, die da noch drin sind, so euer Wunschgegner für die nächste Runde? Machen wir mal ganz viel Fantasie jetzt hier auf. Valencia. Ja, hatte ich auch gerade dran gedacht. oder Krasnodar. Krasnodar, danke. Das wäre so ein richtiger zunächst der Arsenal. Ich muss meinen Ruf, ich muss meinen Ruf gerade. In Krasnodar. Ja, na, das ist ein kleiner Insider, das fühle ich mir nicht weiter. Also Basti sagt Valencia. Ach ja, Spaß. Ich hätte irgendwie, eigentlich, ich könnte mir schon mal London vorstellen. Immer noch. Arsenal oder Chelsea? Nee, Arsenal, Chelsea habe ich mega keinen Bock drauf. Also das wäre ja total unnötig. Also, oder weißt du was? Pilsen wäre doch ganz cool. Ja, genau. Lass uns doch einfach mal eine relaxte Runde haben. Wir fahren nach Gank, die kriegst du weg. oder, ja, genau, oder selbst Rennen oder so. Also, ja, Gank, Rennen oder irgendwie Pilsen oder so. Aber Bock da drauf. Da darfst du auch nicht unterschätzen, kannst du aber schlagen und dann irgendwie dann auch nochmal eine Runde weiter und dann, ja gut, dann fahren wir halt, dann fahren wir halt nach London. Oh je, oh je, Leute, Leute. Ich will noch nicht, dass es vorbei ist. Nee. Ja, nee. Die Manni muss weitergehen. Ja, bitte. Dann fahren wir halt nach Baku, genau. Ja. Wenn schon nicht Berlin, dann halt Baku. Mein Gott. Langsam verliegen wir eigentlich Kontrolle hier. Titel ist Titel. Großartig. Ja, dann, wie kriegen wir jetzt von so viel Euphorie den Schwenk, den Mini-Schwenk zu Hannover? Basti, du hast doch da bestimmt eine Idee. Gott, müssen wir darüber jetzt auch noch sprechen. Ja, zumindest mal kurz, mal anreißen. Also, sorry, René, da erwischt du mich auf dem falschen Fuß, weil zu Hannover fehlt mir gar nichts mehr. Ich glaube, Hannover erwischt einen immer auf dem falschen Fuß. Also, Hannover hat gar nicht immer meinen Fuß. Hannover, der Klub ohne Füße. Der ist ja wahnsinnig kacke, einfach, sorry. Der ganze Verein ist so fake. Eigentlich müsste die Bundesliga eine Sonderregel haben. Wie beim Tischtennis gibt es nicht auch eine Regel, wenn du beim Tischtennis 11-0 führst, dass das Spiel früher vorbei hat als sonst. So eine Mitleidsregel. Ja, so eine, Leute, du hast es probiert, das ist gar nichts. Du steigst jetzt schon ab, du hast jetzt mehr Zeit, dich auf die Zweitligation vorzubreiten als die anderen. Ihr habt ein Kind, ihr habt einen scheiß Kader, wir haben Mitleid mit euch, ihr dürft nächstes Jahr wieder kommen. Lass es sein, komm, komm, das bringt nichts. Ich glaube, Marvin hat ja auch, sein Kumpel vom Ringwurst-Podcast ist ja auch aus Hannover, ich glaube, er hat mir auch letztens schon berichtet, die haben ja selber aufgegeben und die hassen ja auch den Trainer. Eigentlich soll ein neuer Trainer ja Euphorie in den Verein bringen und so die letzte Kerze, die du anzünden kannst. Aber selbst das ist ja ins Gegenteil verkehrt worden, oder Marvin? Ja, die Sache genau. Also Jasper hat auch schon resigniert. Ich meine ganz ehrlich, was soll aber auch passieren, wenn das Feuer, oder was du in Flammen willst, Thomas Dollis, da hast du halt irgendwie auch schon aufgegeben. Und das ist halt auch eine scheiße Idee. Das ist kein wirklich herausragender Trainer und du hast gar keine so schlechte Mannschaft, das merkst du auch. Ich meine, Müller hat jetzt zweimal getroffen, der hat sich schon ganz gut eingeführt. Da würde schon irgendwie ein bisschen was gehen. Aber Thomas Doll, da kommt keinerlei Euphorie auf. Das ist alles ein Haufen Scheiße und das Problem ist, auf dem Platz können die das auch überhaupt nicht bringen, was sie an theoretischer Qualität haben. Also ich meine, Hoffenheim, natürlich kannst du gegen Hoffenheim verlieren, aber doch nicht so. Und wenn dann der Esser der Einzige ist, der irgendwie den Korb da hinten ein bisschen dicht hält, ja. Also Esser ist ja wirklich, hat sich wirklich zu einem guten Torhüter gemausert, muss man auch mal sagen. Aber ansonsten, da ist so viel Scheiße dabei. Wimmer, habe ich irgendwann mal gedacht, das ist ein geiler Innenverteidiger, da sehe ich nichts mehr von, ne. Ein Baka-Lords, war uns eh schon klar, dass das eher Bruder Holzfuß ist, ja. Ja, also, ne, was soll ich denn dazu sagen, Wallet? Ja, das ist halt alles so zusammengekriegt. Den finde ich eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber er bringt es ja auch nicht auf den Platz, ne. In Jonatas bringt es nicht auf den Platz. Da sind so viele Spieler, die überhaupt nicht an ihr Leistungsniveau kommen und ganz ehrlich, Doll sorgt für alles, aber nicht für Euphorie. Das ist eine Nummer, die müssen wir hier grandios klar gewinnen. Ja. Ich habe mir gerade mal diese letzte Zehn-Spiele-Kurve beim Kicker angeguckt, also wenn du das irgendwie bei einem, wenn du das bei irgendeinem Patienten im Krankenhaus hattest, würdest du auch hingehen und sagen so, wollen wir nicht lieber mal abstellen, das bringt alles nichts mehr. Der kommt nicht wieder. Es ist halt ärgerlich, weil Hannover ist eigentlich eine Mannschaft oder so ein Verein, also ja, da kann man drüber reden, Traumbundesliga hier und her. Ich habe die Traumbundesliga gewählt, ich mag die irgendwie, ich finde jetzt, also es ist nett, es ist nett dort zu gewinnen, ja, du hast keine weite Fahrt und das ist alles Boogie. Deswegen will ich gar nicht, dass die absteigen, aber meine Güte, sie agieren ja sehr offensiv, dass die gar nicht in der Liga bleiben wollen, genauso wie die ganzen anderen Graubmannschaften da unten. Hoffenheim ja, Stuttgart ja genauso, aber auch so brauchen wir nicht reden und selbst Nürnberg, ja, also das ist ein mega Schneckenrennen da und momentan hat es jeder verdient. Ja, Wahnsinn eigentlich, also das ist wirklich wahnsinnig schlecht. Das Problem ist, alles was wir jetzt besprochen haben, sorgt halt dafür, dass die Eintracht da gar nichts gewinnen kann. Also weißt du, selbst wenn du da 2-0 gewinnst, dann sagst du ja, klar, also das ist wirklich kein Spiel, wo du was gewinnen kannst, weil in der Hinrunde wusste man das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. In der Hinrunde war das so, Hannover ist so ein Verein, da weiß ich nicht, wo es so lang geht, bla bla bla. Jetzt stell dir vor, die Eintracht gewinnt nicht in Hannover, das wäre ja super, gerade im Hinblick auf die kommenden Wochen zu sagen, Alter, wie können ich in Hannover gehen, wie sollen wir überhaupt mit Hoffenheim uns unterhalten? Ja, ja, es wird anstrengend und das Ganze dann auch noch an einem Sonntag 15.30 auswärts. Was willst du da noch? Ja, ich fahre hin, ich fahre hin, ich gebe mir das mal für das Schauspiel, bin einen Tag vorher in Braunschweig, schauen wir in Braunschweig, wie unerwartet. Schau mir Braunschweig an, ich glaube gegen Unterharing, ja. Oha, lecker Bissen. Auf jeden Fall. Groß aus der Küche, hervorragend. Das Niveau gewöhnen, was Hannover dann da hat. Ja, genau. Und es sinkt für sie das Niveau. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben wir einfach weg, haben wir keine Lust mehr drauf. Ja, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ihr kennt mich alle, ich bin der größte Präventiv-Pessimist der Welt, aber selbst da kann ich mir nichts aus keinem Körperteil saugen, was wirklich irgendwie dafür sorgen könnte, dass ich sagen kann, wer weiß, wer weiß, nee, sorry Leute. Die muss dann weggeballert werden. Genau. Muss natürlich aufpassen auf Müller, der will schon zeigen, dass es ungerecht war, dass er weggeschickt wurde. Der will vielleicht versuchen, auch für die nächste, also für die nächste Hinrunde, also nächste Saison, wieder Gas zu geben, aber ganz ehrlich, ansonsten droht da normalerweise, wenn die Eintracht an ihr Niveau kommt, wirklich keine Gefahr. Und das müssen sie hier rausspielen. So erwachsen müssen sie mittlerweile sein. Also da muss dieser, dieser unentschieden Lauf muss dann da halt auch durch sein. Also wenn du da wieder nur mit dem Unentschieden rausgehst, dann fange ich echt gar zu Zweifeln. Brauchen wir nicht drüber nachdenken, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee, natürlich nicht. Also ich sage ja, das wird, ich kann mich gerade verriegen werden. Irgendwas mit fünf Floren Vorsprung. Gut, dann würde ich sagen, mit den Tipps, das lassen wir mal aus, so eine Aufstellung auch, da passiert irgendwie noch ganz viel. Da empfehlen wir euch mal für so einen kleinen Spieltagsausblick dann unsere Spieltagseinschätzung, die dann wieder so Richtung Ende der Woche auftaucht. Dann haben wir eine Hörerfrage bekommen von Julian und ich weiß gar nicht so richtig, ob wir die selbst beantworten können und ansonsten schicke ich schon mal den Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer raus, das doch am besten auf unserem Blog unten in die Kommentare zu schreiben und zwar fragt er nach Empfehlungen für Fußballbüchern rund um das Thema Taktik. Er möchte sich ein bisschen fortbilden, ohne gleich bei dem DFB eine komplette Trainerausbildung jetzt absolvieren zu müssen. Basti, du bist doch da hier unser Büchermensch. Fußballbücher? Ja, so mit Richtung Taktik. Außer dem Tobi Escher-Lehrbuch, was bei jedem unter dem Kopfkissen liegen muss, fällt mir da nicht wirklich viel ein. Boah, da muss ich jetzt so spontan, vielleicht kann ich es nachreichen, ich kann es dir dann weiterleiten, aber so spontan werde ich jetzt auch nur Tobi Escher gesagt. Ansonsten lese ich eher, bin ich eher so im Biografien-Fan-Bereich unterwegs. Letztes Buch, was ich gelesen habe, hat mit Taktik ein bisschen was zu tun, das ist aber leider auch Tobi Escher. Nicht leider, aber da ist er auch beteiligt, als das mit dem HSV, mit dem HSV, der Abstieg vom HSV, da wird das quasi in zwei verschiedenen Sichtweisen erzählt. Einmal taktisch auf dem Platz und einmal in der Funktionärsebene, das ist schon sehr, sehr, sehr absurd. Kann ich jedem empfehlen, dieses Buch, das kann man auch ganz schnell weglesen, das ist sehr, sehr interessant. Gerade, weil man wirklich sicher beim HSV gedacht hat, ach du lieber Himmel, was ist da denn los? Und das war tatsächlich so. Also, das waren auch keine Paint-Spekulationen, sondern es war noch schlimmer. Okay. Gut. Also dann sind das die zwei altbekannten Bücher, die wir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erwähnt haben und der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, haut doch mal in die Kommentare noch ein paar Tipps für Fußballbücher, auch mit Richtung, Blick auf Richtung Taktik und dann kann der Julian da einfach mal nachlesen. Ja, und dann kommen wir von Taktik so zur ganz unteren Kategorie des Ganzen. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, dann müssen wir dann erstmal auflösen, wer hier letzte Woche das Rennen gemacht hat. Wir hatten als Nominierte Braco, der gegen Didi Hamann schießt für seine Aussagen zu Lewandowski, wir erinnern uns. Dann hatten wir Tom Bartels, der wieder Lobeshymnen auf den Handball gesungen hat. Dann hatten wir den Fettaufstand in RB Leipzig oder bei Leipzig mit Wir lassen uns nicht zu Konsumenten machen. Dann hatten wir Julian Nagelsmann, der seine geheime Einkaufsliste mit Avocado und Zeug vorgelesen hat oder vorgetragen hat. Ach, so lustig, der Buch. Und dann hatten wir die Führungspersönlichkeiten von TB Berlin. Wer da nochmal Hintergründe braucht, dem empfehlen wir die Folge 101 von 93 jetzt an dieser Stelle schon mal. Auf Platz 3 haben wir eben jene Führungspersönlichkeiten von TB Berlin. Die hätten für mich fast sogar noch ein paar mehr Punkte für diese Dreistigkeit da verdient, aber nun gut. Auf Platz 2 immerhin. Er ist in den Top 3 unser Freund Braco und damit auf Platz 1 mit 39,7% der Fan-Aufstand in Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, ja. Und dann haben wir auch wieder ganz hervorragende weitere Nominierungen. Und die erste fängt schon gleich wieder mit unserer Lieblings-Sportart an. Und zwar nominiert von Joe2Go, der sich auch gerade hier im Live-Chat mit anderen einen erbitterten Kampf bei den Flachwitzern. liefert. Wer das nochmal nachlesen will, der kann da nochmal hingehen. Und zwar nominiert er Steffen Simon und der fragt sich in der Sportschau, äh, Sportschau. In der Sportschau, warum denn der Fußball immer noch nichts vom Handball gelernt hat? Ja, das war jetzt und das stimmt. Ist das nicht wieder rum ums Eck endlich mal? Ja, nein, das kommt irgendwie von Woche zu Woche. Und zwar wörtlich wird er hier zitiert mit Dabei meint man, die Fußballer haben was bei den Handballern gelernt und das Ganze war zu diesen am Boden rumrollenden Aktionen am Wochenende. Ja. Wir haben es ja mittlerweile verstanden. Guck doch, Handball, es läuft doch Handball, es ist doch für jeden was dabei. Versteht das gar nicht. Man muss sich, ich gehe doch auch nicht in den Imbiss und wenn sich einer irgendwas auf sein Brot macht, was ich nicht will, dann schreie ich ihn ja auch nicht an. Was ist denn? Das bin ich mir bei dir. Wie kannst du der Pilze da drauf machen? Ja, du musst doch nicht essen. Was ist denn los? Wie steht es nicht? Diese Missionarszwang Handball zu geil, Handball zu geil, ich interessiere es halt nicht. Gut, wenn dich das interessiert. Naja, muss jetzt auch mal vorbei sein. Dann haben wir die nächste Nominierung von Arl Lippold und zwar nominiert er rein aus Scham gefühlt den FC Bayern für dieses Bild und T-Shirt der Bayern-Spieler in dieser Beatles-Pose. So schlecht. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen, weil es tut echt weh. Es verursacht körperlichen Schmerzen. Ganz grauslich. Ganz, ganz grauslich. Ich werde es nicht verlinken, wer sich das unbedingt angucken will, der muss das schon selbst googeln. Also irgendwo hört der Spaß auch auf. Dann haben wir eine, wie ich fand, eine ganz hervorragende Nominierung und zwar von Taunus Appel und zwar Franck Ribéry, den wir jetzt hier wieder wörtlich zitieren. Viele andere Spieler gehen auch bei ihm essen. Klammer auf, bezieht sich auf diesen komischen Ding ins Koch, Klammer zu. Genau wie ich. Darüber wird aber nie gesprochen, aber von mir gibt es Videos. Ja gut, hat er recht. Jaja, aber wer hat das Video denn hochgeladen? Achso, stimmt. Gut, das interessiert mich auch nicht mehr. Der braucht einen Moment, aber der tut unwahrscheinlich weh danach. Von mir gibt es Videos, ja gut, es ist ein Vibrid. Ja. Das ist ja auch klar. Irgendwer hat es auf dem Instagram-Account von Franck Ribéry gepostet. Ich weiß auch nicht, wer da so Zugriff hat. Hm. Ja. Franck. Franck. Genau. Dann eine höhere Nominierung von Julian und zwar die Kandidatur von Infantino bei der FIFA. natürlich ohne Gegenkandidat. Da hat zwar jemand kurz vor Ende nochmal die Hand gehoben, aber er bekam dann ganz überraschenderweise keine Mehrheit von den Verbänden dort. Total überraschend, oder? Riesige Überraschung, ja. Ja. Total überraschend. Riesig. Genau, und dann noch gerade eben ganz frisch auf Twitter reingekommen von Milano 1896 und zwar eine Nominierung von Matthias Stach, der gerade eben live bei Nürnberg gegen den BVB kommentiert und bei fliegenden Papierkuhlen von Randalen unerträglichem Fanverhalten spricht und sich fragt, warum wir jeden Montag die gleiche Diskussion führen müssen. Ich hätte eine Theorie, warum. Ja, ich habe es auch auf Twitter jetzt so ein bisschen mitverfolgt. Das Problem ist, dass man das auch schon erwartet teilweise, was ich meine. Die sollen einfach eine neue Platte auflegen, verdammt. Ja, die Fans können auch machen, was sie wollen. Also, was ist denn los? Hat Eurosport den Fans auch Geld bezahlt, damit die da eine Stimmung präsentieren oder was ist los mit ihnen? Was sagt der denn, wenn die montags Moistuck-Spiel Moistuck-Spiel übertragen? Sagt auch, das ist eine Frechheit. Also, was ist los? Also, ist halt so. Die Leute haben keinen Bock da drauf, fertig. Das ist halt auch Teil der Übertragung dann zu sehen, wie das ankommt beim Publikum, egal, was auf dem Platz passiert, was um dem Platz passiert, das ist dann halt sowas los mit dir. Also, muss da beruhig dich halt und kommentierst halt irgendwie weg und probier das so positiv für deinen Sender darzustellen, wie es geht, aber greif keine Leute an, von denen du scheinbar auch gar nichts verstehst. Ich weiß nicht. Verstehe ich nicht ganz. Schwierig, schwierig, schwierig. Habt ihr denn noch Nominierte für unsere wunderbare Kategorie hier? Ich habe so viel, ich habe so viel Quatsch gelesen in der letzten Zeit, also, aber personalisiert, ich wirklich, ich halte mich in der letzten Zeit wirklich fern. Tut mir leid, ich bin momentan nicht der, nicht der Beste für die Dummschwätze der Woche, weil ich einfach versuche, mir mein Leben so erträglich wie möglich zu gestalten und da gehören halt so Dummschwätze nicht dazu. Automatisch der Filter, ja. Ja, ich meine, weiß ich, ich könnte mich natürlich jede Woche über Ulf Poschardt ärgern, der irgendwie, keine Ahnung, der wird wieder gegen die GEZ hetzt. Also, weiß nicht, aber bringt mich ja auch nicht weiter, weißt du? Das stimmt schon. Ich nominiere Jens Spahn für diese dubiose 5-Millionen-Euro-Studie, die völlig ein Thema aus dem Mittelalter wieder auf den Tisch bringen soll. Was war das? Der will jetzt untersuchen, ob Abtreibungen nicht doch scheiße sind und so ein Kram. Ist es der gleiche Jens Spahn, der irgendwie am Weltkrebstag irgendwie sagt von wegen, fangen Sie jetzt den Kampf an, cremen Sie sich ein, essen Sie gesund? Alter, dem hätte ich am liebsten auch mal links und rechts zur Stelle verpasst. Der Typ ist so scary, wenn man ihn anguckt. Der Typ ist so scary, Peter Griffin, wenn er irgendwie eine neue Idee hat. So, hi, einmal, weiß ich nicht, einmal Falconer now, das ist mal Falcon Xerxes. dieses überzeichnet Kranke hat er in diesem Blick und ganz ehrlich, dass der überhaupt so viel Geld zur Verfügung gestellt prägt für so irgendeine Kacke. Boah, Leute, also dieses, ich weiß nicht, dieser Drang wieder konservativer zu sein, nur um zu verhindern, dass Leute die AfD wählen, ist vom Grundsatz vielleicht eine gute Idee, aber dann weiß ich. Aber du musst ja konservativ sein, kannst ja konservativ sein, aber trotzdem intelligent konservativ sein. Das wollte ich nicht sagen. Du kannst dich ja nicht komplett auf die potenziellen Dummbatzenwähler einstellen. Und, ja, genau, und das ist, das passt echt ganz gut und deswegen nominiere ich jetzt, ja, Flacherdler. Ja, YouTube verursacht offenbar Anstieg von Flacherdlern. Also, kennt doch, ja, kennst du Flacherde? Kennst du doch, oder? Ja, das ist hier, die Erde ist eine Scheibe. Ja, genau, ich nominiere einfach mal alle Flacherdler, ja, das ist mir jetzt echt reicht. Leute, also so ein bisschen fucking Wissenschaft. Ist es denn zu schwer, das zu verstehen, dass die Erde halt, was ist denn los mit euch? Dann gibt's dann, dann gibt's dann Leute, die fliegen und sehen, dass es ein Globus ist, ja, und dann, ja, nee, das ist halt alles gesteuert. Wir leben hier auf einer flachen Erde. Nein, was ist denn? Nein, und die NASA, nee, 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 das ist alles Verschwörungstheorien. Das, die wollen uns nur was weiß machen und mittlerweile, dadurch, dass es so viele Dummbatzen bei YouTube gibt, äh, die darüber erzählen, dass, ja, es gibt die Flacherde und so weiter und so fort, gibt's tatsächlich einen Anstieg von lauter Idioten, die alle glauben, die Erde ist flach, ja, also, ich kann, also wirklich, ja. Ganz ehrlich, selbst wenn man jetzt mal wirklich sagt, okay, ich probier's jetzt, ich fress Kreide und sag, okay, Digga, dann würde ich einfach ihn trotzdem danach anschreien und fragen, und dann? Was ist denn dann? Was ist denn dein Punkt? Was willst du jetzt sagen? Was ist denn? Sagen wir mal wirklich, das würde stimmen. Ja, und dann? Also, was ist denn? Ich verstehe den Punkt halt nicht, weißt du? Also, es gibt ja bei allen sektenartigen Sachen, geht's ja auch oft um so Zusammenhalt. Das muss, das darf man ja auch als soziales Phänomen, das darf man ja nicht, das darf man nicht verachten, zu sagen, okay, so absurd wie es ist, es gibt ja auch Leute, die irgendwie mit Religion nichts anfangen wollen, die beten irgendein Spaghetti-Ding an, was weiß ich was, das hat sich auch irgendwie selbstständigt, die dann sagen, ja, Spaghetti-Ding. Schutlu, Spaghetti-Monster, nee. So, denkst du, okay, da geht's ja dann wahrscheinlich mehr um die Community, das wird da auch nicht anders sein, so ein Zusammenhalt abgrenzend von anderen irgendwie in der Gruppe, aber ich, da verstehe ich das Thema halt nicht. Also, wenn ich dann, diesen Buch hab ich überhaupt mal mitbekommen, war wieder was interessant. Nein, aber was ist denn, wenn ich denke, die Erde ist flach? Das wird scheinbar von mir, von verschwörerischen Organen, von mir verheimlicht. So, was ist denn dann? Also, was ist mein, was ist mein Sinn für mich dann? Aufklären oder was? Ja, Aufklärung, es ist, genau, und das ist genau das Ding, es ist also, jeder erzählt dir Lügen und es ist alles nicht die Wahrheit, was dir erzählt wird, die NASA ist nur ein Konstrukt, was dich glauben machen soll, dass du, ich will das eigentlich gar nicht reproduzieren, weil es glaube ich schon der falsche Ansatz ist, ja, aber ich meine, jeder, der fliegt, Da muss es doch hypothetische Intentionen geben, trotzdem, was hätte die NASA denn für einen Grund? Das verstehe ich halt nicht. Wenn es flach ist, dann ist es halt flach, dann freu dich. Ich meine, bei anderen Verschwörungstheorien hast du zum Beispiel noch ein, also, hast du wenigstens so ein, ein Gain dadurch, ne, so bei deinen Nerven Verschwörungstheorien kannst du wenigstens sagen, okay, da gab es so eine Konsequenz, aber halt da, so flach Erde, ja, was ist denn jetzt die Konsequenz davon? Ja, das macht mich wahnsinnig. Was ist denn, wenn es flach ist? Da fragt sich alles noch da, du kannst doch alles nach Amerika. Schreibt uns mal, was ihr sagt. Gibt es ja alles, kann man ja hinreisen, dann ist es halt flach, das ist mir doch egal. Ja, sagen wir, die Erde ist rund, das mache ich jetzt weiß, weil, was tun die Leute denn damit an? Nichts? Ja, deswegen. Das ist halt flach, ja, cool. Aber es gibt ja kein, es gibt ja wirklich auch kein Gain für Leute, zu sagen, wenn die Erde flach wäre, oh, sie ist rund. Also weißt du was? Ja, sag ich doch. Von anderen Seite auch nicht. Ja, genau. Wenn ich jetzt hier unterstelle, die wollen mir das erzählen, die haben ja nicht mal was davon. Nein, das hat niemand was davon. Außer vielleicht die Globenindustrie. Oh. Die Dreckschweine verkaufen hier eine runde Brille weltweit falsch produziert. Die haben einfach keinen Bock Platten zu produzieren. Die sind viel billiger, die Platten. Die gibt es viel günstiger. Die Globenindustrie ist schuld, Alter. Diesen Programm aufgesetzt worden. Für die Erd ist eine Kugel hier. Das ist klar. Komm her. Ich habe ein Globus für dich. Kostet 100 Euro. Willst du mich verarschen? Die Globenindustrie und die Hochfinanz hat bestimmt auch wieder was damit zu tun. Die Hochfinanz auch. Es ist alles absurd. Es ist aber so lustig, wie das ist, auch echt gefährlich. Weil das ist jetzt wahrscheinlich sogar gut. Das hat auch kein Gain. Da passiert auch nichts. Aber wenn dieser Spirit, dieser Mensch, Schlag Mensch, die landen ja dann auch bei anderen Sachen. Und da wird es ja dann gefährlich. Das ist das Einfalltower. Genau das ist das Problem. Was du eben gesagt hast. Du hast eine Verschwörungstheorie, Flacherde. Mir auch immer. Whatever. Okay, glaub da dran. Hast du übrigens, es gibt ein paar Wrestler, von denen weiß ich, dass die auch flach ertren. Tut mir auch weh ein bisschen, weil einen davon mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Genau, genau, ja. Und der ist schon so oft geflogen. Ja eben, der ist ja um den ganzen Welt unterwegs. Sieht schon flach. Ja, so. Aber wenn es dabei bleibt, okay. Aber genau das Problem, das ist ein Einfalltor, weil dann glaubst du daran und plötzlich landest du nämlich bei diesen 9-11-Videos. Oh, das kann aber alles gar nicht sein. Und dann die Rockefellers. Und dann guckst du irgendwie so ganz merkwürdige Filme, die es zum Teil sogar auch bei Netflix gibt, ja. Weil Netflix anscheinend auch eine relativ schwache Kontrolle hat. Und guckst dir irgendwie so einen 10-Stunden-Zeitgeist-Film, wo du dieser Rotz heißt, an. Und dann glaubst du den ganzen Quatsch, nur weil er schön konstruiert ist. Und dann geht es immer weiter. Und das ist das Problem. Und dann landest du von dieser eh eigentlich ungefährlichen Theorie, die aber dich reinzieht in weitere Verschwörungstheorien, hin zu einem Kern, der wirklich problematisch ist und auch menschenfeindlich ist, oftmals antisemitisch ist und so weiter und so fort. Deswegen kann ich auch nur davor warnen, Leute, ohne Scheiß, Wissenschaft, das, ach, daran könnt ihr schon mal glauben. Also es ist nicht alles erfunden, was ihr denkt. Gerade bei solchen offensichtlichen Sachen. Also da sollte man schon mal mit anfangen. Zu sagen, okay, bleib skeptisch, erzähl mir was von Chemtrails. Dagegen sind Chemtrails ja sogar fast wahrscheinlich. Also es ist ja Wahnsinn, dass irgendjemand glaubt, dass das flach ist. Aber gut, meine Güte, mal haben wir das gesagt. Es ist alles sehr, sehr anstrengend. Aber tolle Nominierung mal. Auch mal was anderes. Wir haben hier mal quasi über den Ha-Ha-Teller-Ramts geschaffen. Richtig schön. Großartig. Wir haben noch zwei Hörernominierungen, die kamen gerade eben noch rein. Die hatte ich tatsächlich übersehen. Und zwar einmal von Dave Denn. Unser Freund, langjähriger Freund der Sendung, Ralf Rallrangnick, der noch nie eine so starke Verbindung zwischen Mannschaft und Fans gesehen hat, wie bei RB. Und er hat echt schon viele Vereine trainiert, sagt er. Gut, da gehen wir auch in Richtung flache Erde. Da gehen wir auch in Richtung flache Erde. Dann wird es auch noch mal flach bei der höheren Nominierung von SGE Papa Frank. Und zwar nominiert er Kovac, der auf der Pressekonferenz bemängelt, dass es bei den Bayern-Spielern immer nur um ich, ich, ich geht. Wer hätte es erwartet? Wer hätte es erwartet? Und ich möchte auch noch einen nachschieben. Und zwar nominiere ich die Freunde aus dem EU-Parlament, die wieder nichts gelernt haben und sich im Trilog auf Upload-Filter und Leistungsschutzrecht geeinigt haben. Das wird nicht gut werden. Das ist jetzt durch. Das ist noch nicht durch. Also der Trilog hat es, der Trilog ist ja die Stelle, wo man sich auf einen Gesetzestext einigt. Und jetzt muss das Ganze quasi im Parlament dann noch abgestimmt werden. Das findet irgendwie, ich glaube, Anfang April statt. Und jetzt wird es noch mal Demonstrationen geben. Und es gibt ja auch da noch die ein oder andere Unterschriftensammlung dagegen. Aber man hat sich zumindest textuell jetzt schon mal geeinigt. Und da kann ich eigentlich nur empfehlen, was Netzpolitik.org aktuell macht, die ja auch dahingehend ja wirklich informieren und das Ganze auch mal ein bisschen auf ein breiteres Feld stellen, damit man das irgendwie versteht. Das ist für mich auch eine Thematik, die auch nicht immer total einfach zu verstehen ist. Kann ich nur empfehlen, weil es ist ein wichtiges Thema. Es ist auch ein Thema, was jeden von uns, der irgendwie in diesem Internet tätig ist, auch in einer gewissen Art und Weise auch betrifft. Und ja, gerade wenn wir auch als Content-Produzenten irgendwie tätig sind, hat das durchaus eine Relevanz. Insofern danke an die Leute, die was tun. Denn das ist halt, das Problem ist, wenn Leute Gesetze machen, die keine Ahnung von der Materie haben. Das ist immer ein bisschen schwierig. Naja, Ahnung von der Materie haben sie vielleicht schon. Aber wenn die Leute, die Ahnung von der Materie haben, sich durch Lobbyarbeit sehr in gewisse Richtungen drängen lassen, dann wird es bedenklich. Ja, doch besser gesagt, ja. Ja, und das ist hier leider sehr stark der Fall. Wir erinnern uns alle an diesen Herrn Voss, der Jubelrufe von sich gegeben hat, der leider auch irgendwie für den Axel Springer Verlag arbeitet, während er da sitzt. Rein zufällig. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Gut, ich glaube, damit haben wir eine wieder mal sehr, sehr lange Liste, was die Dummschwätze der Woche angeht. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer wisst, was zu tun ist. Ihr geht auf eintracht-podcast.de dort auf die Folge 340. Und da findet ihr eine Abstimmung oder einen Link zu einer Abstimmung. Und dann schauen wir mal, wer nächste Woche das Rennen gemacht hat. Da ist ja der ein oder andere dabei. Ja, und dann kommen wir jetzt von ganz viel komischem, flachem Kram zu diesem hier. Die gute Tat der Woche Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt veröffentlichen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, wir sind bei der guten Tat der Woche und der Herr Marvin hat uns da was rausgesucht. Mann! Ich habe echt gerade keine Ahnung mehr, um was. Scheiße, ey. Glaubst du das? Darum ging es wahrscheinlich nicht. Nee. Ach, fuck. Ich weiß es gerade nicht. Also irgendwie eine gute Tat der Woche. Da hatte ich was. Irgendwas hatte ich. Ich weiß es aber nicht. Irgendwas hattest du. Ja, ja, ja. Fällt euch nichts ein. Ihr wisst nichts. Euch fällt nichts ein. Das mit diesem Transport. Das hatten wir letzte Woche. Das hatten wir letzte Woche, ja. Hat uns nicht irgendjemand was zugespielt? Ich habe auch irgendwas im Kopf, aber ich komme auch nicht drauf. Mist. Oh ja, ich habe was. Irgendwas passiert? Was passiert? Ja, 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 ja. Hauptsache, wir haben das Intro gehört. Das war an mir. Ja, ich bin auch. Das war uns wichtig. Das war uns wichtig. Vielleicht reichst du nach, wenn es mir noch öffnet. Das ist unsere gute Tat der Woche, dass wir einfach das Intro abgespielt haben, obwohl wir nichts haben. Also, ja, Mann ey, das ärgert mich jetzt. Aber mir fällt es nicht mal ein. Das ist so, es verschwimmt alles so. Aber es gibt auf jeden Fall gute Leute, die gute Taten vollbringen. Das ist wichtig. Scheiße. Dann nehmen wir doch einfach an dieser Stelle, weil du es gerade eben doch schon angesprochen hast, die Menschen von Netzpolitik.org als gute Tat der Woche, die ganz viel für das Thema Netzpolitik machen. Ich verlinke an der Stelle einfach mal deren Blog. Und dann könnt ihr da hingehen und euch da nochmal informieren. Und da gibt es auch noch Möglichkeiten oder da gibt es Hinweise, was ihr eben auch für, ja, tun könnt für das Thema Netzpolitik mit einfachen Mitteln oder auch einfach mal bei den Menschen nachfragen. Die sind auch sehr hilfsbereit, wenn ihr da mal irgendwie eine Frage habt oder in den Kommentaren noch irgendwie für das eine oder andere vielleicht nochmal ein bisschen Erklärung braucht oder einfach Rückfragen habt. Dann ist das, glaube ich, eine gute Anlaufstelle. Und die kann man an der Stelle, glaube ich, nicht hoch genug würdigen. Ja, ist so, definitiv. Also die machen seit so vielen Jahren gute Arbeit, genauso auch über Medien oder so zum Beispiel. Also eher, wenn es um Medien geht und so weiter. Das ist schon, als Niggemeier, der richtig gute Arbeit macht. Es gibt schon richtig gute Leute, da kann man nur alles empfehlen. Das ist aber die richtig gute Tat der Woche fällt mir irgendwann nochmal ein. Alles gut, dann heben wir die auf für nächste Woche. Und man muss auch dazu sagen, dass Netzpolitik.org und über Medien auch spendenfinanziert arbeiten. Also das dann auch jedes Jahr wieder auf die Beine zu stellen, da kann man auch nur den Mut vorziehen. Gute Tat der Woche. Eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen gute Tat der Woche, so ein bisschen wie 93. Jetzt höre ich nichts hier vor. Ja, nein. Ja, die andere. Ich mag. Ein kleiner Seitenhieb hier. Aber ja, gute Tat der Woche. Gibt auch gute andere Dinge zum Beispiel. Gute Kolumnen über den Clown von Mainz. Ja, super. Grüße, bitte. Gut. Traumbundesliga. Traumbundesliga. Wir wollen die Kategorie ja seriös halten. Richtig. Vielleicht fällt es nachher noch ein. Vielleicht fällt es ja später wieder ein. Aber dann kommen wir zur nächsten und damit auch letzten Kategorie des heutigen Abends. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Wow. Voll geiles Intro. Mega. Danke an der Stelle wieder an Ruvan und vor allen Dingen auch seine Tochter, die hier wieder eingesprochen hat. Super geil. Super cool. Mega geil. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann auch Alex da noch reinzukriegen, wenn er das Öfteren mal wieder dabei ist. No pressure on you. So, dann haben wir mal in den Empfehlungen auch wieder was geschickt bekommen. Und zwar einmal von Julian. Und zwar empfiehlt er das Interview von Axel Hellmann bei HR Info. Wenn ich jetzt ja fiele. Müsste das aktuelle, genau. Okay, alles klar. Das aktuelle war es, was er da empfohlen hat. Ich habe es selbst noch nicht gehört. Einfach zu viel in der Hörliste. Aber HR Info, Axel Hellmann ist, glaube ich, eine gute Kombi. Kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann haben wir noch eine weitere Empfehlung bekommen von Jacques Bourget. Und zwar das Interview bei den Elf Freunden mit den Machern der Cartoon-Serie The Champions. Ich habe vorhin nur den Anfang gelesen. Klingt irgendwie ganz interessant. Das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Amerikaner. Ja, ich glaube, zwei Amerikaner. Die so ein bisschen hier diese ganzen Fußball-Stars so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, leben die alle irgendwie in der WG oder irgendwas? Ich habe das nicht so ganz hingekriegt. Aber die versuchen das so ein bisschen da in so einer Comedy-Reality-Schau so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Ein einziges Manko dabei ist wohl, dass Thomas Müller öfters zu gut wegkommt. Aber vielleicht kann man ihm ja nochmal einen dezenten Hinweis geben. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich die gute Tat der Woche. Bei Thomas Müller fällt dir die gute Tat der Woche ein. Wie soll denn das bitte funktionieren? Okay, aber hey, aber ich sage mal eins. Besser jetzt als nie, meine lieben Leute. Ja, dann steht raus. Ja, und da könnten wir nachher mal das Journal Frankfurt verlinken. Ja, das ist einer der Momente, wo das möglich ist. Grüße. Klingt ja so, als wäre das total selten. So meine ich das gar nicht. Aber, und zwar, gute Tat der Woche. Das Titanic-Magazin hat den Fokus genappt. Geil, Blase-Bike. Richtig geile Sache. Und zwar, und zwar, die Sache, tut mir leid, dass wir jetzt die Kategorie unterbrechen müssen, aber die haben ein, das Titanic hat ein Fake-Video zum Feinstaubmanipulationen online gestellt. Und zwar, indem dann irgendwie gemutmaßt wurde, dass es um linksautonome Feinstaubmessstationen, äh, ne Quatsch, dass es darum geht, dass linksautonome Feinstaubmessstationen manipulieren, was totaler Quatsch ist. Das ist einfach nur erfunden, ja, dass irgendjemand von der Titanic hat das Video gemacht und die Fokus, naja, man kennt sie ja als, naja, in Anführungsstrichen Qualitätsmedium, ähm, haben es jetzt nicht irgendwie dafür nötig gehalten, irgendwie die Quellen mal zu checken und haben es dann einfach so genommen und haben diese Story verbreitet. Naja, ein bisschen blöd gelaufen auf jeden Fall, ja. Zeigt genau das, was man natürlich denkt, ja, das ist jetzt auch wieder für diese typische Resonanzgruppe, aber es zeigt, naja, der Fokus, der springt ganz gerne drauf, wenn es um solche Themen geht, insbesondere. Gerade in diese Richtung. Genau, gerade wenn es um diese Milieus geht, ne. Also insofern, lustige Aktion des Titanic-Magazins. Chapeau, mein Lieber. Das ist auch so geil. Sehr gut. Ja. Grüße. Großartig. Linksautonome Messstaubmessstationen machen rum beim Messstaubfeinstationen. Also, das ist los mit euch, ja. Unfassbar. Das gibt es echt Leute, die es glauben. Ja, das hätte ein linksautonome bei Feinstaubmessstationen zu tun. Aber genau so ist es. Nämlich, da schließt nämlich wieder der Kreis, denn da denkt nämlich der gemeine Fokusleser, ja, haben wir es doch gewusst. Unser Diesel, ja, der wird von den Linksautonomen genutzt, ja, um Propaganda zu machen. Ja, und deswegen, die wollen den Diesel nicht in diesen Städten. Deswegen, diese Feinstaubmessstationen, die man informiert hat. Und dann steigen sie ins Flugzeug, ja. Ja, genau. Und dann ist einer Eis in New York und dann ist er schuldig. Ja, ja, das kannst du nicht mehr machen. Also, es funktioniert, wenn man solche Qualitätsmedien mal aufs Korn nimmt. Und deswegen, gute Tat der Woche, viel gesagt, wenig Aussage. Dafür bin ich auch manchmal... Ist aufgenommen, großartig. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Da waren wir einig. Ja, Empfehlungen habe ich auch. Empfehlungen habe ich auch. Und zwar kann ich euch empfehlen, den Schulz- und Böhmermann-Podcast nicht aus dieser Woche, sondern aus der letzten Woche. War sehr, sehr lustig und hat auch sehr viele Punkte sehr treffend beschrieben. Ging unter anderem um das Dilemma der SPD. Kann man sich mal anhören, den Rant von Böhmermann. Also, richtig gut. Richtig auch schön am Ranten gewesen, ja. Also, wirklich wieder ein Highlight in diesem Jahr, würde ich sagen. Einer der besten Podcasts, die sie dieses Jahr veröffentlicht haben. Hört euch mal rein. Also, da geht es, wie gesagt, auch ein bisschen um politische Themen. Aber nicht nur. Aber richtig schön auch mal wieder am Shooten gewesen. Böhmermann und Schulz, wie sind mir am besten gefallen? Den gibt es nur bei Spotify, ne? Genau. Ja, mittlerweile. Und aber, wenn wir schon in der Empfehlung weitermachen können, geht es gerade weiter. Und zwar empfehle ich euch allen Eintracht-Fans Bevis Welt natürlich immer, generell. Aber er hat auch eine wunderbare, mehrteilige Story zu dem Spiel Shakhtar gegen die Eintracht. Seine ganze Reise hat er dort verblockt auf seinem Blog. Richtig schön zu lesen. Richtig cool, wie er hingekommen ist. Was er gemacht hat. Mit welchen Leuten er geredet hat. Was er irgendwie so erlebt hat. Richtig schön. Also, da ist man, wenn man nicht dabei war, ist man wie mittendrin, wenn man das liest. Er hat ja sowieso einen sehr blumigen Stil. Er kann ja Dinge sehr, sehr gut ausdrücken. Ich frage mich manchmal, warum der Mensch noch kein Buch geschrieben hat. Doch, er hat, glaube ich, mal eins geschrieben. Ich weiß es gar nicht. Hintet noch auf, ja. Ja, genau. Aber er könnte noch viel mehr schreiben. Also, Bewe, dein Auftrag. Mehr Bücher. Liebe Grüße. Hat mich auch sehr gefreut, dass wir ihn auch getroffen haben dort. Ja. Super Typ. Super, super Typ. Super Typ. Ist hiermit verlinkt. Sehr gut. Habt ihr noch mehr? Also, da soll man sich nicht mal die Zeit nehmen. Auch schöne Bilder übrigens. Alles super. Ähm, was haben wir noch? Also, zwischen diesen zwei, nee, ich bin jetzt ein bisschen on fire. Ja, vielleicht habe ich noch was zum Vorschlagen. Aber ich glaube, das war's. Hast du wieder zu viel Zucker gegessen, Marvin? Du weißt, das kommt hier nicht. Nein, das ist ja ganz das Gegenteil, mein Freund. Zu wenig Zucker? Ja. Zu wenig Bier? Ich freue mich jetzt, ich freue mich jetzt auf den Eiweißshake jetzt gleich. Sehr gut. Uiuiuiui. Schönes Schlusswort. Nicht, was ihr mir denn denkt. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sorry. Pudum. Naja. Lest die Kolumne mit dem Klauen und halte die Klappe. Ha, 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 ha. Kleiner Spaß. Nun ja. Ja gut. Wenn wir nichts mehr haben, dann machen wir hier auch den Laden dicht und biegen ein ins Outro. Wie eingangs schon gesagt, vielen, vielen Dank für all den Support in den letzten neun Jahren und vor allen Dingen auch viel, viel Dank für all den Support, den ihr Woche für Woche, Monat für Monat hier abreißt mit all dem Feedback, den Vorschlägen, die ihr uns schickt, ähm, mit den langen E-Mails, die wir bekommen, mit den Live-Chat-Geschichten, auch wenn es heute so ein bisschen flachwitzig daherging, ähm, für all die Spenden, die ihr uns Woche für Woche, Monat für Monat zukommen lässt, ihr helft uns wirklich, dieses Programm hier mit am Laufen zu halten. Von daher vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein geiles Euroleague-Heimspiel am Montag. Allen denen, die am Sonntag nach Hannover fahren, ein extrem geiles Auswärtsspiel. Wenn ihr an Marvin seht, gebt ihm ein Bier aus. Ja, ich fahre nämlich dann mit der Bahn heim, könnt ihr gerne tun. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Hey, hey, es kann auch ein Bonn. Hey, 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 es kann auch ein Bonn. Hey, hey, es kann auch ein Bonn.